Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Dirk. Zurück im Aquarium, in der Unterwasserwelt. Schön. Phänomene unter Wasser. 4K ist das Thema heute. 4K ist das Thema heute. Im Videopodcast. Von daher sollte der Anreiz sein, für alle jetzt nochmal kurz zu stoppen, nochmal wieder zurückzulaufen, wenn ihr gerade joggt, und dann einfach sich schön aufs Sofa zu flitzen und YouTube-Videos zu geben. Kein Sport machen. Und dann einfach mal so sieben Bier trinken. Einfach mal so sieben Bier trinken in eineinhalb Stunden. Oder in einer Stunde zehn, antizipiere ich heute für die Episodenlänge. 0-3er? Ja, 0-5 ist heftig. Dann endet ihr so wie Jürgen. Der dann hier gestern, original, handgestoppte 45 Minuten auf der Toilette war, dann irgendwann Arne anfing mit, ey, wann ist denn eigentlich der Zeitpunkt, wo ich mir wirklich Sorgen machen muss, weil die Storyline war, dass Arne und Jürgen eigentlich zusammen gepumpt haben. Also die waren gerade dann so ein bisschen hier in unserem Office-Gym und auf einmal meinte Jürgen so, okay, ich muss weg, ich bin kurz auf Toilette. Und dann gingen so 20 Minuten rum, ey, was ist mit Jürgen? Und dann waren irgendwann 30 und er hätte zu Recht halt kurz Angst gehabt, dass irgendwas passiert ist, so ne? Das hätte ja auch brenzlig werden können. Was ist, okay, dann lass uns das doch mal festlegen. Ich weiß, das machst du, das hast du in einem vergangenen Podcast mal gemacht. Ich weiß nicht, ob der noch existiert, das ist, keine Ahnung, aber ihr habt schon mal... TBD. Okay. Muss noch entschieden werden von ein, zwei Personen. Okay, alles klar, dann entscheide ich das bald, aber ihr müsst ja, ist ja gut. Aber das ist ja so eine Frage, ab wann muss man sich da Sorgen machen? 20 Minuten ist schon ultra lang. 20 Minuten, wenn du 20 Minuten auf dem Scheißhaus sitzt, ne? Also sitzt du, wie sitzt du? Sitzt du mit den Armen auf den Oberschenkeln? Sitzt du mit den Armen auf dem Oberschenkel? Das passiert bei mir gar nicht, Mann. Ich hab, also außer, wenn ich da lange bin, aus den Gründen, die Jürgen hat, dann würde ich eher mit den Knien vor der Toilette sein und da meinen Kopf da reinragen, weil ich dann bereit bin, potenziell zu kotzen. So, ne? Und es dann auch, Pro-Tipp, helfen kann, wenn es ein bisschen vorher stinkt, so, ne? Wenn es, das motiviert einen dann zu kotzen. So, das ist Pro-Tipp. Aber, ne, das passiert bei mir nicht, weil mein Stubegang als Veganer natürlich viel zu gut ist. Ja, das hast du schon tausendmal erzählt. Ja, aber deswegen passiert das nicht mal. Du hast noch nie in deinem Leben länger als 10 Minuten auf so einer Toilette gesessen, weil du im TikTok-Algorithmus verfallen bist oder so. Warum? Weil dann stehe ich auf und dann suche ich mir einen Platz, wo es noch viel komfortabler ist, meinem TikTok-Algorithmus zu verfallen. Ich verstehe das nicht. Also erstmal sollte natürlich jeder, also es gibt ja zwei verschiedene Tipps, es gibt den einen Tipp, den machen auch viele, dass man sich so einen Hocker holt, damit man normal sitzen kann und was erhöht ist. Hast du jetzt Scheißhaus-Tipps oder was in der Position? Ja, natürlich. Und ansonsten lehnt man sich ein bisschen nach vorne, weil das gut ist natürlich für, ja, die Vollfüllung des Akts. So, das ist normal. Aber deswegen, mir passiert das nicht. Ich würde aber auch sagen, dass 20 Minuten definitiv schon die Grenze ist, wo man mindestens mal reingehen sollte und man nachfragt, Bro, wie sieht's aus? Und wenn da nichts zurückkommt, dann ist es auch schon Zeit, die 911 zu rufen. Ja, besser ist es, ne? Und dann ist es immer gut, wenn man die Streben auf den Oberschenkeln hat. Hast du die? Nein. Das ist so krass, Alter. Ja, weil ich ja, wenn du sagst, ich bin maximal vier Minuten in der Position oder so, oder drei. Ja, im Durchschnitt noch viel weniger. Ja, okay, ja, dann ist es das nicht. Na gut, okay, dann kann man mit dir darüber nicht reden. Nee, sorry. Ja, das finde ich auf jeden Fall immer relativ witzig. Wenn man zum Beispiel so im Sommer oder so, wenn Leute länger auf der Nette sind, dann wird die sich die Streben auf dem Oberschenkel rauskommt. Finde ich ganz geil. Und das ist ja in den letzten Jahren... Darauf muss man ein Achtung, oder was? Wenn man dann so Short-Shorts anhat hier, wie Fallgrad Entertainment quasi... Auf jeden Fall. Dann sieht man das, dass jemand gerade extrem lange scheißen war. Ja, genau. Das siehst du auf jeden Fall. Ja. Naja, Fakt ist, für alle Entwarnung, Jürgen geht's gut, der kann heute ins Eintrachtstraining einsteigen, im Normalfall. Ja, das ist ganz wichtig. Wir brauchen unseren Stier natürlich. Während wir ja potenziell gesperrt sind für drei bis acht Monate, müssen wir natürlich auf die Tiefe unseres Kaders setzen. Und das ist ganz wichtig. Training allgemein wird mit Sicherheit noch ein Thema werden. Warum waren wir so kaputt? Gute Frage. War auch eigentlich gar nicht so geplant. Also es gab erstmal Work-Related natürlich schon ein, zwei Gründe, weil es ja ein spannendes Wochenende mal wieder war für Spontent. Also sowohl die German Paddeltour hat seine Premiere gefeiert, als auch hatten wir, ja, muss man ja allgemein wieder sagen, in Spontent History eins der größten Events, die wir jemals begleitet haben, mit absoluten Weltstars beim Final Four bei der TDBL und hatten da halt eine Riesenproduktion am Sonntag, die auch absolut high quality war, dementsprechend viele Kameras, viele Kabel und viele Kapazitäten, die drei Ks gefordert hat. Und ja, dann sind wir irgendwann zurückgekommen. Ich glaube, wir waren so der letzte Trupp mit Nathalie, hatten vorher auch noch ein paar Bierchen, weil ich mir mit Jürgen und Michel war ich vorher noch an der Tanke, hab eine gekühlte Kiste bekommen, das ist Klatsch. Also so Tankstellen, die eine gekühlte Kiste verkaufen. Wo habt ihr die geholt? Bei einer Jet. Okay, aber unten direkt in Ulm noch, oder was? Ja, wir waren bei einer Jet, direkt an der Ratio Farm Arena und da gab's dann, das war halt auch geil und da kickt dann der Sparfuchs rein, weil dann natürlich, ey, die verkaufen dann ja so Sixer, 0,5 Sixer für 9,50, 0,3 Sixer für 8,50 und eine gekühlte Kiste hat 21 Euro gekostet. Also klar, zuzüglich fand. So, aber da war halt so, ey, ihr könnt mir jetzt erzählen, was ihr wollt, wenn wir uns jetzt darauf einigen, dass wir uns zwei kleine Sixer holen und jeder trinkt so seine drei, vier kleinen, dann nehme ich trotzdem jetzt die Kiste, weil Preis-Leistung einfach nicht stimmt. Es stimmt einfach nicht. Selbst wenn wir es nicht austrinken, ist nicht ganz passiert. Also am Ende, wo die Kiste noch hingestellt haben, noch ein paar andere mitgeholfen. Ich zum Beispiel. Weil sonst, Jürgen wiegt 60 Kilo, Alter. Der hat dann halt seine vier, fünf Halben getrunken und war dementsprechend dann auch so groggy und halt mal wieder Schlafmangel maximal reingekickt. Aber weil, du warst auch sehr angestellt. Du warst auch, glaube ich, voll. Du warst, glaube ich, voll. Ich hatte auch einen drin. Ja, ja, klar. Also ich war voll nicht, stimmt nicht. Aber ich hatte gut einen drin. Also ich habe übrigens auch eine sehr gute Experience. Ich kann nur empfehlen, in Werne gibt es eine Tankstelle No Name. An der Stelle wirklich so eine No Name Tankstelle. Ja, so eine private noch so, von Hand geführt. Da waren wir am Samstag so um 21.30 Uhr. Ich habe getankt und wir waren zu viert auf dem Rückweg nach Düsseldorf, weil das waren 55 Minuten. Da haben wir nicht da gepenzt, dann sind wir zurückgefahren. Und wir wollten noch ein Bier trinken, weil wir kein Bier dabei hatten auf der Produktion. Das war halt schon wieder so. Wir hatten keine Kiste waschen, aber wir haben die verlost. Wir hatten ja auch nichts dabei. Ja, ihr hattet aber auch keinen Platz. Wir hatten Platz. Das ist ja mal ein Unterschied. Eure Autos waren ja wirklich full, full. Vor allem, ihr hattet auch eine ewig lange Sendestrecke und es wäre mehr als angebracht gewesen, zwischendurch mal ein Bierchen zu trinken. Ey, völlig, also jetzt ist es aus uns geworden, haben wir uns abends auch gefragt. Fakt ist, ich musste eh tanken, bin dann in die Tankstelle reingegangen und was da in Werne passiert ist, ich sage dir, all time beste Frau oder Person allgemein. Nicht nur Frau, sondern beste Person, die ich jemals in der Tankstelle getroffen habe. Sie, Moni, ich tippe so Mitte 40 oder so. Klar, hatte ein paar Kilo zu viel, war jetzt auch nicht die gepflegteste Person, aber die kernigste von allen, wirklich die aller, aller, aller kernigste von allen. Nein, ich hole vier Bier aus dem Kühlschrank, gehe da so hin, sag so hier, die sieben, zahlst du getrennt, ne? Ich sage, jo, zahle ich getrennt, alles klar. Steht dann aber auch an ihrem Namensschild, also es war die Inhaberin wohl, also die Tankstelle gehört ihr, die betreibt die so. Zahlst du getrennt, hier dann einmal Karte, die Karte, bevor ich die Karte dranhalten konnte, sagt sie, die Karte geht nicht, weil die Firmenkarte, musst du reinstecken. So, die konnte einfach sehen, welche Karte wie oder so auf Entfernung, also sie hat richtig gut beraten, richtig, richtig gut beraten. Dann hat sie die vier Bier rausgeholt und dann habe ich den größten Move aller Zeiten in der Preisgebung einer Tankstelle, auch wenn es vielleicht gar nicht sinnvoll ist, erlebt. Das 0,5er Bier, was hat es gekostet? Ich weiß es, von daher ist es jetzt scheiße, so dass du es mir erzählt hast. Was soll ich jetzt sagen? Soll ich jetzt lügen für die Spannung oder was? Ich wusste nicht, nein, ich wusste nicht, dass ich erzählt habe. 1,42 plus 8 Cent Pfund. Ja, das ist unfassbar gut. Das ist ein normaler, also das war so ein normaler Kioskpreis in Köln. So, es gab günstigere. Ja, aber eins, schon vor zehn Jahren gefühlt. Eins, inzwischen ist es wahrscheinlich teurer und das kostet überall ein Zweier. Ja. Aber ja, das ist schon extrem günstig. Und dann stehst du draußen und dann geben die in der Preisdienst geben die 1,42 und ich habe sie drauf geguckt und dachte, hä, was ist das denn? Ja, für 1,50 clean Pfund. Ja, aber dann weißt du, da tickt die Welt noch richtig. Die machen sich Gedanken. Die Dorfjugend, die 16-, 17-, 18-Jährigen, die gehen da abends noch hin, die wollen sich noch ein Wegbier holen und Monika hat mit 45 hat sich gedacht, ich mache da was Gutes draus. Die Jungs, wenn sie mit 1,50 Euro Bargeld noch kommen oder sowas oder was da hinlegen, dann können sie sich da schön einen halben Liter mitnehmen. Die 13-Jährigen, die bei Mutti noch mal 1,50 zugesteckt bekommen haben. Ja, das weiß ich nicht. Um sich mal einen halben zu holen. Die wird wahrscheinlich auch so, die macht sehr erzieherischen Maßnahmen. Die sagt, ich weiß, dass du noch kein Bier trinken darfst, aber es sind nur zwei Flaschen, da passiert dir nichts. Irgendwann machst du es eh. Hier, mein Junge. Ich glaube, solche Dinger zieht die durch. Deswegen, beste Tankstellen-Experience wirklich all time. Das ist sehr gut. Ja. Also, ist immer wieder schön, wenn man sowas mal erlebt, weil Tankstellen ansonsten, gerade natürlich auf der Autobahn, also erstmal finde ich es heftig wirklich, dass es erlaubt ist, was auf den Raststätten einer Autobahn passiert mit den Benzinpreisen. Also, es gibt so viele Regelungen da draußen und es ist einfach erlaubt oder es ist einfach etabliert, dass man 30 bis 40 Cent mehr zahlt auf einer Autobahn. So, das verstehe ich nicht so ganz, ehrlicherweise. Das sollte meiner Meinung nach nicht erlaubt sein. Und die größte Freche, das ist immer noch überall. Ich muss die unterbrechen. Das, was du gerade gesagt hast, das ist einfach, du hast jetzt gerade die Beine der freien Marktwirtschaft komplett weggetreten. Du hast sie weggeflext. Ja. Ja, das ist Angebot und Nachfrage. Das ist Convenience. Das ist doch genau das. Dann würdest du, was würdest du denn sagen? Würdest du sagen, nein, im Flughafen, da darf das auch nicht. Ja, natürlich. Da darf das Wasser nicht 5 Euro kosten, weil das so fucking Grundwahrungsmittel ist. Bin ich bei dir. Und die Leute nicht dehydrieren sollen vor einem 5-Stunden-Flight, weil sie keinen Bock haben, sich 5 Euro in Wasser zu holen. Da bin ich bei dir. Und die gleiche Scheiße gilt mit dem Benzin. Würdest du jetzt sagen, nur wenn wir da in einer Range reden, wo wir mit den Putins der Welt an einem Tisch sitzen, dass es da dann erlaubt ist, diesen Aufschlag zu machen? Das ist einfach kacke. Nein, du bist so dämlich. Das ist die Convenience, die dir gegeben wird. Und dann musst du es machen, aber nicht, wenn du nicht vorausschauend planst. Ich bin ja jetzt mal überhaupt nicht dämlich, weil ich jedes Mal immer mehr kurz raussuche, dass ich irgendwo rausfahre. Ja, dann mach das doch. Wenn du die Convenience, dann ist es doch okay. Aber es gibt doch, die machen das seit Jahren so. Das heißt, es gibt eine Nachfrage für diese Preisgestaltung. Und warum sitzt du jetzt hier und sagst, oh ne, sollte verboten werden. Das ist doch einfach nur, das ist wirklich Unsinn. Das ist genau das gleiche Argument wie mit dem Wasser am Flughafen. Das ist dann auch die Convenience, dass man sich am Flughafen Wasser holen kann. Das ist dumm. Weil dieses Argument ist jetzt eins zu eins dasselbe. Nein, nein, nein. Natürlich. Du kannst aber vorher bei Edeka dir ein anderthalb Liter Wasser holen. Nein, es ist doch... Und wenn du jetzt die Convenience haben willst, dass du kein Wasser mitgebracht hast am Flughafen oder dass es in der Kontrolle dann nicht ging, dann geht's los oder was. Das macht überhaupt keinen Sinn. Nur weil du jetzt Benzin und Wasser unterscheiden willst. Wenn, dann musst du im selben Boot bleiben und dann auch für dich akzeptieren und sagen, ja, sollen die Geringverdiener sich nicht beschweren ist, dass Wasser auf einmal 5 Euro kostet. Ja. Also erstmal ist es, glaube ich, eine andere Nummer, weil du Wasser... Also es gibt eine Kontrolle, die dir sagt, du darfst nicht mit Wasser in diesen Innenraum eines Flughafens. Weil einst Leute flüssig Bomben mit in den Flieger nehmen wollten oder sonstiges und die Welt davor Angst hat. Das heißt, es gibt ein Regulativ, was sagt, du darfst nicht mit Wasser durch eine Kontrolle. Man darf aber durchaus mit Benzin auf einer Autobahn fahren. So, also dann bist du... Wenn du das nicht kannst, bist du selber schuld, wenn du dein Timetable so baust, dass die außen, außerhalb der Reiststätten nicht mehr aufhaben oder so, dann bist du einfach selber schuld. Das ist doch Markt und Preis. Sorry, wenn ich da so reingrätsche. Das ist wirklich... Also ich... Es wird auf ein Agree to disagree hinauslaufen. Absolut, ja. Aber echt... Also sorry, das kannst du nicht verlangen. Was willst du denn dann sagen? Also was ist denn... Was ist dann? Was ist, wenn jetzt jemand anruft und sagt, ihr müsst mir das morgen produzieren, mein Produzent ist abgesprungen oder sonstiges? Ja, dann machen wir einen Übernachtaufschlag drauf. Dann machen wir doch. Oder mal anders. Willst du sagen, Sonntags ist der Tag des Herrn, warum gibt es überhaupt noch Wochenendaufschlag für irgendwelche Personalkosten? Dann rollt das Thema komplett auf und dann hängst du da. Also die... Also... Also was ist denn mit Wochenendaufschlag für Leute, die sonntags arbeiten? Das ist dann wieder okay, weil es ist Tag des Herrn. Weil die Christen gesagt haben, das ist ein Tag, wo man zu Pärchen geht oder was. Ich bin ein sehr großer Christ, von daher ist es absolut okay, ja. So machen wir das. Warum bist du jetzt so abgefuckt? Nur weil wir unterschiedlicher Meinung sind. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir... Ich bin jetzt erstmal abgefuckt, das stört mich am meisten. Ja, ist auch gut. Ist Licht ausgegangen im Aquarium, dann sieht man nichts mehr. Das ist gar nicht gut. Das muss ich auf jeden Fall wieder anmachen. Ich glaube, wir haben ein internes Problem. Wahrscheinlich wieder. Das sieht so aus, ob wir internes Problem haben. Egal, die Todenspur... Bis sie gehen raus in Vodafone. Die Todenspur können wir aufnehmen. Also an der Stelle, hier Berlin und alle, macht euch bereit. Dirk Funk, der kommt jetzt in die Politik und der regelt noch kurz die Preisgestaltung an deutschen Tagstellen, weil das nichts ist. Aber wie viel... Was hast du gesagt? 30 Cent drüber, oder was? Wird ja einen Grund geben, warum das so ist. Sind die denn alle gleich, Dirk? Kannst du einmal Ja und Nein sagen? Ja. Du siehst doch, dass ich gerade nicht da bin, Mann. Das kannst du einfach nicht. Dieses Kurzübernehmen, obwohl das konntest du noch nie. Seit zwei Jahren streamen wir zusammen. Jedes Mal bist du den Fix an zu schweigen und hast nicht 30 Sekunden Text, obwohl du sonst noch eine große Fresse hast, Alter. Das ist wirklich unfassbar. Kann man da so scheiße drin sein? Jetzt erzähl doch die Leute mal eine Geschichte. Zwei Minuten lang. Ne, du willst ja nur... Ich will ja auf dem Thema... Ich will auf dem Thema draufbleiben und du willst weg. Ich will nicht auf dem Thema draufbleiben. Ja, ich weiß. Ja, ich hab da keinen Bock drauf und deswegen bleiben wir da jetzt nicht und du musst jetzt eine andere Geschichte erzählen. Okay, komm, dann geh ich wieder in deine Komfortzone rein. Fakt ist, wir sind sonntagsabends hier reingekommen, alle mit vollem Tank, teuer, vollgetankten Tank und haben noch ein paar Bierchen getrunken. Und dann ist Jürgen halt abgekackt. Und ich muss zugeben, mir geht's ähnlich und es ist wieder aufgefallen, dass die... Warum schreist du denn jetzt schon wieder so im Hintergrund, wenn ich gerade eine Geschichte erzählen will? Dirk? Weil die Scheiße nicht hält. Naja, Ende vom Lied. Gestern war nach einem geschichtsrechtlichen nach einem geschichtsrechtlichen Wochenende war... Mein RTL! Wir sind jetzt knapp zwei Wochen im neuen Jahr und viele von euch haben sich wahrscheinlich etwas vorgenommen für 2023 oder sind gerade dabei, neue Routinen aufzubauen. Denn Routinen sind wichtig und meistens die Basis für nachhaltigen Erfolg. Und deswegen wollen wir jetzt ein bisschen darüber sprechen, warum es eine gute Idee ist, das AG1 von Athletic Greens in eure Routine einzufügen. Einige von euch haben bestimmt vor, dieses Jahr wieder mehr Sport zu machen oder sind schon komplett dabei und beanspruchen ihren Körper also gerade deutlich mehr als in den letzten Wochen und Monaten. Aber um auch 2023 jeden Tag dein Bestes geben zu können, musst du deinem Körper jeden Tag das Beste geben. Dazu gehört eine gesunde und ausgewogene Ernährung klar und wenn du die unterstützen willst, dann mit AG1. Denn das sind 75 Inhaltsstoffe wie Vitamine, Mineralstoffe, Bakterienkulturen, Botanicals und weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln. Das Ganze ist dann wahnsinnig einfach. Einfach ein Scoop AG1 ins Wasser und schon seid ihr mit eurem Vitamin-Kick für den Tag versorgt. Bei mir passiert das dann immer direkt nach dem Aufstehen und sorgt dann dafür, dass man mit einem guten Gefühl in den Tag gehen kann, seinem Körper und Geist innerhalb einer Minute einen richtigen Gefallen getan zu haben. Vor allen Dingen, wenn der Lifestyle mit Events und langen hektischen Bürotagen vielleicht nicht immer 100% optimal für die Gesundheit ist und nicht immer die Zeit ist, perfekt zu kochen. Gute Ernährung ist natürlich trotzdem die Basis für ein gesundes Leben und wird nicht vom AG1 ersetzt, aber das AG1 kann euch massiv dabei helfen, Ernährungslücken, die bei vielen Menschen in verschiedenen Situationen auftreten, zu schließen. Und die absolut perfekte Ernährung gibt es meiner Meinung nach eh nicht. Gesundheit ist natürlich auch nicht nur optisch bemessbar, also das AG1 hilft nicht nur bei der Muskelerholung, wenn ihr viel und hart trainiert, sondern auch im Bereich der geistigen Fitness und unterstützt das Immunsystem, Herz- und Knochengesundheit, Hormonfunktion und damit du so stark wie möglich in das neue Jahr startest, deinen Energiestoffwechsel. Ihr könnt das Ganze komplett risikofrei testen, da Athletic Greens so von ihrem Produkt überzeugt sind, dass sie die Geld-Zurück-Garantie mit dem Jahreswechsel von 60 auf 90 Tage aufgestockt haben. Also auch wirklich genug Zeit, um bewerten zu können, ob das AG1 einen positiven Einfluss auf euer Leben hat. Und natürlich haben wir jetzt noch eine spezielle Aktion für euch am Start. Auf athleticgreens.com slash scam bekommt ihr beim Abschluss eines Abos einen kostenfreien Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 und fünf praktische Travelpacks obendrauf. Also nochmal athleticgreens.com und jetzt weiter viel Spaß mit der Episode. Nice. Kater-Stimmung? Und trotzdem stelle ich die These auf und da bin ich gespannt, was Dirk gleich sagt, weil du gerade so drüber gegangen bist, ist eins der geschichtsträchtigsten. Ich glaube, wenn man überlegt, dass das Tischtennis-Bundesliga-Finale oder Tischtennis-Pokalfinale Final Four in Ulm vor 5000 Zuschauern stattgefunden hat, wir der einzige Produzent auf zwei Platten in der Halle waren und das mit absoluten Top, Top, Top Weltklasse-Athleten zerseht war das Final Four. Dann würde ich sogar sagen, das war die heftigste Produktion, die wir je gemacht haben. Vor allem, weil es ja eine neue Sportart war. Es war nicht so gelernt wie Beachvolleyball, wo wir so jeden Tag aufs neue Stück drauflegen konnten. Ja, das ist glaube ich, wenn man so ein bisschen aus der Volleyball-Bubble rausgehen will, dann hat das schon hart contented mit eigentlich dem, was wir da in Timmdorf gemacht haben, muss man mal dazu sagen. Also es war, in Teilen war es glaube ich sogar besser, in Teilen dann schlechter und Timmdorf war natürlich noch ein bisschen anspruchsvoller, weil wir da ja noch viel mehr Aufgaben erfüllen mussten und dann noch das Oncourt-Entertainment gemacht haben und alles. Aber jetzt rein, wenn wir nur den Stream nehmen, dann war das schon auf dem Niveau. Und würde ich auch sagen, dass klar, es gibt international, wie auch du überall international, Leute, was sie tun. Aber ich glaube, so im nationalen Vergleich und also das, was jetzt, keine Ahnung, die Sport1s der Welt und irgendwie andere sonst was für Sender mit ihren Produktionsteams, die da im Hünder gearbeitet haben, da geliefert haben in den letzten zehn Jahren im Tischtennis, damit konnte das glaube ich gut contenten. Und ich habe auch ein paar Leute gefunden, also unter anderem Dennis Heinemann, der für uns kommentiert hat und jetzt ja auch unser TTBL-designierter TTBL-Experte hier wird bei Spontent, meinte schon so, das sind Bilder, die er so noch nie gesehen hat. Und von daher glaube ich, ist das ein großes Lob und unser Produktionsteam. Aber was macht da den Unterschied? Keine Ahnung, man. Ich habe jetzt nicht die letzten Final Fours gesehen in den letzten sechs Jahren, deswegen ist es auch ein bisschen unfair, darüber zu reden. Naja gut, wenn du unser Bild anguckst bei so einer Produktion, das ist halt nicht so statisch wie im TV, dann ist das eine. Aber trotzdem ist es ja nicht so, als hätte man, also jetzt hätte man jetzt irgendwie neue Maßstäbe gesetzt, das stimmt ja auch nicht. Also bei Olympia oder so. Und TV hat erstmal nie vernünftig 60 Frames und sowas. Ja, klar. Gut, Olympia ist dann ja wieder komplett was anderes, aber er hat auch Olympia kommentiert, also von daher, also wenn er sowas sagt, dann wird das schon irgendwie Hand und Fuß sein. Ja, ist doch schön. Ja, ist doch schön. Und wir haben auch, ich habe gestern Screenshots gekriegt und das ist auch super spannend, ich habe Screenshots gekriegt, können wir ja sagen, also es gibt Leute in unserem Umfeld, die schicken einem Screenshot aus dem Tischtennisforum und dieses Forum sieht wirklich aus wie so 2006 programmiert. Also wie so. Ach ja, aber es sind Foren immer. Also ich glaube, es gibt kein Forum, was irgendwie noch sich gehalten hat, weil die Leute da weiter in sich austauschen wollen, was nicht so aussieht und das muss auch so sein. Ein Forum kann nicht modern, mehr an Designs sein. So, du hast ja Reddit, das ist dann so ein bisschen auf modern angelehnt, ist ja quasi auch ein Forum, aber wenn du wirklich noch irgendwo auf der Website ein Forum hast, dann gehört das da glaube ich mit zu. Ich glaube, das ist verboten in der Internetwelt, da irgendwie ein neues Design drauf zu klatschen, das geht nicht. Aber was ich fiel, also war auf jeden Fall spannend, dass es sowas überhaupt gibt und da haben sich dann ja auch die Hardcore-Fans ausgetauscht und die meinten auch, das war total geil. Ich finde aber auch Produktionen hin oder her, ich finde das Allerwichtigste ist und das ist mir auch am Wochenende wieder aufgefallen, einfach der Sendungsablauf, dass wir durch die selbstbestimmte Streamlänge, also wir können ja einfach online gehen, wenn wir wollen so, es gibt kein Programm, in das wir das einbetten müssen so richtig, also meistens zumindest nicht, haben wir halt die Chance, einfach den Leuten viel, viel mehr zu geben und ich hoffe, dass die Tischtennis Bundesliga halt darauf jetzt auch, also darauf jetzt wirklich anspringt und das mal appreciated, dass da dazwischen und davor irgendwas passiert. Das war ja bei der Volleyball-Bundesliga letztes Jahr auch. Können wir euch ja sagen, wir kennen die Zahlen, unsere Idee war, mit den Spielansetzungen ja die Fans von einem Spiel in die andere rüber zu holen und ligaübergreifende Fans zu kreieren. Das war am Anfang eine Vollkatastrophe. Die Leute haben fünf Minuten nach Spielbeginn eingeschaltet und bei Spielende ab und jetzt irgendwann hat sich das so ergeben, dass die Leute auch bei den Studioberichterstattungen drin bleiben und ich hoffe, dass das bei der TTBL auch so passiert. Zumindest wird es prozentual mehr. Natürlich gibt es immer noch etliche und da muss man ja auch selber sich, darf man sich ja auch nicht von wegnehmen. Man guckt ja auch nicht überall die Vorberichterstattung oder so in jedem Format. Deswegen geht es darum halt, dass so, also ja, die Die-Heart-Leute, die das auch machen, werden ja wissen, warum sie es tun. Es macht halt dann irgendwann Spaß, wenn du da so drin bist und dann auch alles da irgendwie so checkst und verstehst und das irgendwie sich für dich ergibt. Ey, nee, das muss ich mir reinziehen ansonsten als Kacke, wenn ich da was verpasse. Aber klar so, das war jetzt beim Tischtennis auch so, kannst du dir auch angucken in den Zahlen. Über die Hälfte ist natürlich trotzdem direkt nach Abpfiff weg und kommt dann auch im Zweifel zu spät, weil das ist ja auch mal das, was ich nie so richtig verstehe. Gut, das ist einerseits ein Twitch-Ding, dass dann die Zahlen immer während der Sendung hochgehen und immer organisch immer mehr werden, weil dann klar ist, irgendwann wirst du halt auch bei Twitch in den Rankings dann so angezeigt oder wirst dann empfohlen, dann sehen die Leute, weil sie mal durchscrollen, so wer hat dann gerade die meisten Zuschauer, dann taucht da auf einmal so Spontent an 6 oder an 5 auf oder so, weil Newsflash, es gibt immer noch mindestens 5 da draußen, die irgendwie gerade einfach nur ein bisschen Computer spielen oder ihre Kamera reden und wesentlich mehr Zuschauer haben. Sonntagsabends safe sogar mehr als 5. 12 Weltstars, die sich gegenseitig aufs Maul geben, so ne, das passiert auf jeden Fall, aber ja, das hat man auf jeden Fall wieder gesehen, weil es ist so, also Peak Viewer war dann halt immer so, war 20 Minuten vor Schluss quasi und da sind auch echt noch so über 1000 dazugekommen, also zu Finalbeginn waren es vielleicht zu 4000 und dann endete es so in 6,5 oder so, das war so ein bisschen verrückt. Ja, das ist echt krass. Und dann habt ihr die jetzt, wie nah kamt ihr an die Alleten ran? Weil das ist ja, das sind ja schon, das sind halt Weltstars, muss man ja einfach mal so sagen. Also, ich meine Timo Boll kennt jeder, aber auch oft Scharoff und die ganzen jungen Leute, die da jetzt spielen und weiß nicht, das sind alles einfach Weltstars. Ich hab den Funfact, glaube ich, nicht mehr parat, aber da waren irgendwie von den Top, also ich will es mal nicht übertreiben, aber von den Top 15 der Welt waren, glaube ich, 8 da. Ja, ja. Oder so, zumindest mal so und ich glaube, es ist sogar heftiger. Und Timo Boll gehört da ja nicht dazu, aber ihn kennt jeder. Nee, aktuell gehört nicht mehr dazu, aber klar ist einfach noch so eine Legende, dass es halt heftig ist und also nur durch die Live-Produktion waren wir natürlich noch relativ weg, weil der Tischtennis auch noch sehr in diesen Strukturen gefangen ist, die man jetzt erstmal aufbrechen müsste mit nein, 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 es ist nicht möglich nach dem Spiel ein Spielerinterview zu machen, weil die müssen ja direkt zur Pressekonferenz und also gut, so Sachen, die ich auch verstehe, was vom Tischtennis halt cool ist, die machen ja immer diesen Move mit nach dem, also wenn die die Siegesfeier machen, dann machen die komplett auf und alle dürfen da aufs Feld rennen. Wie wenn Werder 2004 das Double geholt hat und ich durfte auch auf den Rasen rennen. Also Platzsturm war erlaubt quasi. Dann ist Platzsturm, dann kannst du da hingehen, kannst Fotos mit den Leuten machen, kannst mit denen quatschen und so und das ist das einzige Moment, das fühle ich, weil da sage ich, ey, das ist cool. Das ist cool, wenn ein Sportler das so für sich etabliert hat, dass du danach die Stars so zum Anfassen hast und dann da hingehen kannst. Das finde ich cool. Trotzdem sollte man es natürlich möglich machen, dass man für die mediale Übertragung irgendwie zusieht, dass man da irgendwie einen höchst emotionalen, am besten mit einem Bier in der Hand gerade Pokalsieger sieht, weil Neu-Ulm, gut, junge Vereinshistorie, ist so ein bisschen so ein Hoffenheim-Ding, die jetzt ihren ersten Titel geholt haben. Das ist das heftigste Söhnertum aller Zeiten, Alter, ganz ehrlich. Ja, aber das ist auch, können wir gleich mal ein bisschen drüber reden, wie spannend das ist, warum das gerade noch kein Problem ist in der TDBL. Das ist halt wirklich spannend. Und jeder anderen Sportler hat, das ist ein Riesending. In der TDBL ist es halt eher gut, dass es gerade passiert und alle gucken drauf und sagen, ey, gut. So, normalerweise wäre es anders, aber wir haben halt einen Tag vorher schon ein paar Content-Drehs gemacht, die es auch bald geben wird. Einmal die Woche dann auf Spontent, wo man so ein bisschen da die Stars dann hat und wir ein paar Formate gedreht haben und da haben wir die alle kennengelernt. Mach mal Spoiler, was gibt's so? Beschreib mal ein Format. Ein paar Challenges, also so, ne, wo die dann gegeneinander zocken mit verschiedenen Defiziten oder so und solche Geschichten und ja, einfach so ein paar Quiz-Formate, so ein bisschen Interview, so zehn Fragen und so weiter und so ein Ding. Das wird's auf jeden Fall geben in den nächsten Wochen und da hatten wir halt alle vor der Nase, ne? Und muss man schon sagen, also Durchschnittsniveau, sehr nett, sehr cool und auch wirklich noch größtenteils sehr auf dem Boden geblieben. So, ne? Bestes Beispiel war, das ist halt auch wieder so ein Ding für sich. Da wurde ewig drüber diskutiert, da gibt's halt gerade so einen jungen, aufstrebenden Schweden-Star, nachdem ja Jan-Owe Waldner halt auch so eine unfassbare Legende war, natürlich als europäischer Tischtenenspieler ja noch vor Timo Wolder damals, als dann so ein bisschen dieser Nahtlös-Übergang war von Jan-Owe zu... Kennen ganz viele nicht, wenn ich mal Bezug nehmen darf auf die durchschnittliche, also wir haben ja ein paar Infos, ich hab ein paar Infos gekriegt, wie alt die Zuhörerinnen zum Teil sind. Ja. Also es gibt viele, die diese Namen nicht mehr kennen. Wenn wir jetzt eine Umfrage machen, dann würden, weiß ich nicht, dann bin ich mir sicher, dass wahrscheinlich nicht über die Hälfte jetzt sagen, ja klar, Jan-Owe Waldner, checkt, den kenn ich. Aber da ist jetzt so ein junger, Anfang 20, ich weiß gar nicht, wie alt der ist, Truls Morigard heißt der, der ist auch so ein bisschen flashy, der spielt nicht mit einem runden Holz, sondern mit so einem Sechskant, so Cyber-Shape, was auch immer hat er sich da, so einen Schläger gemacht, Alleinstellungsmerkmal, spielt ultra flashy, ist ultra talentiert, heftiger Typ, sieht gut aus und hat so ein bisschen Attitüde auf dem Korz. Und dann hat er halt eine Szene, da hat er gegen Timo, gewinnt er eine epische Rallye und macht dann danach, breitet er seine Arme aus und lässt sich halt so feiern, wie Cristiano, wenn er gerade wieder Sui eine Bude gemacht hat. Und ich denke mir so, Alter, geil, kriegt ein bisschen Gänsehaut, so heftiger Moment. Und dann siehst du so, im Chat geht dann los, oh, der wieder so arrogant und ist ja eigentlich immer so arrogant, so ein Assi und voll der, so ne, ist natürlich klar, die sind alle wahrscheinlich so Timo gewöhnt, der halt der fairste, netteste und also heftigste, konservativste irgendwie ist, konservativste, zurückhaltendste Sportler ist, den es so gibt, dem du wirklich nie irgendwas ankreiden kannst und jetzt hast du ja da auf einmal so einen Jungen Star und da haben die Leute, dass sie die ganze Zeit schrieben, die dachten mir so, Alter, das ist ja wieder so ein Beispiel von, dass die Leute nicht verstehen, on court, off court, dass das nahezu immer zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Gut, das ist ein Marco Arnautovic oder ein Marco Balotelli, auch abseits des Quartz wahrscheinlich nicht die normalsten und nettesten Bängel sein werden, das kann man sich denken. Kiergios im Tennis auch nicht. Ja, aber bei so einem, wir machen einen Dreh mit dem, mit der ganzen Truppe, Truppe da von Neu-Ulm, die kriegen so Täfelchen und klar gibt es da Unterschiede, ich werde jetzt keine Namen nennen, der eine ist netter als der andere und so, das ist normal, gehört auch immer dazu, der eine hat mehr Bock auf den Dreh als der andere, aber die machen so ein Ding, müssen vorher auf ihre Tafeln schreiben, irgendwie True or False oder so, schreiben das alles voll, so alle ziehen schon durch und was macht Truls Morregard? Der nimmt die Täfelchen von seinen Buddies, nimmt sich da diesen Schwamm und wischt die alle noch ab, so ne, wischt die alle blank. Der hat quasi aufgeräumt danach. Räumt die auf, so sortiert die und gibt mir die so in der Hand. Ach krass. Und ich mein so, alter Bro, so ne, Du meinst der Arrogante, der sich da hinstellt und feiern lässt, dieser super Arrogante, der macht das? Ja, macht sowas, und da denk ich mir so, okay, sorry, das passt nicht zusammen. Also wer sowas macht, der ist gut erzogen, der hat Manieren und der ist einfach auch ein netter Kerl und der war auch die ganze Zeit super angenehm und nett und das war jetzt so ein Beispiel. Aber ja, das ist schon krass, weil, also das waren, ich mein, das ist halt immer das Problem, wir sind halt in unserer Volleyball-Bubble gefangen, wo dann alle sich denken, oh, Clemens Wickler, so ne, aber das sind halt Weltstars, das sind Leute, die haben alle über, also da haben einige über hunderttausend Follower auf Instagram und so, das sind halt wirklich richtig krasse Stars und das war im Prinzip, auch so jetzt in meiner Laufbahn jetzt so als, als Redakteur oder was auch immer oder Kommentator, waren das die größten Stars, mit denen ich jemals zu tun hatte. Also ist einfach so. Natürlich, also ist es ja egal, ob du jetzt da in Wien da mit Phil und Nick oder sonst, die sind halt Beachvolleyballer, das ist ja eine andere Nummer. Klar ist Phil auch Olympiasieger geworden und so, alles gut, aber das einer mit dem anderen nichts zu tun. Tischtennis ist eine größere Sportart dahingehend. Ja. Ja, deswegen will ich, weil du es gerade gesagt hast, so im Nebensatz, so gesagt hast, ja, war ein heftiges Wochenende. Ich fand, das war ein ultra heftiges Event, was ihr da durchgerockt habt. Ja, ja. Ich war halt nicht dabei, ich kann es nicht greifen so, aber nur so vom Außen betrachtet haben wir so erstmal einen guten Job gemacht, aber ich bin halt schon neidisch darauf, diese Spieler dann nicht kennengelernt zu haben, so, aber man muss sich halt entscheiden, so irgendwann, man kann nicht in jeder Sport. Vor allem auch wieder Franzi, der Gute, ne? Patrick Franziska, wirklich ein so geiler Typ, weil der auch wieder, das hättest du auch so gefühlt, die haben da auch so eine kleine Challenge abgedreht oder auch danach bei so einem Quizformat quasi und ich liebe das ja so sehr, ne? Das ist auch ein total netter Kerl, ist inzwischen auch, das ist cool. Familienpapa hat sich wahrscheinlich dadurch auch so ein bisschen, nochmal ein bisschen ruhiger geworden und so, weil sich ja schon so ein bisschen die Sichtweise verändert natürlich, wenn du auf einmal ein Kind in die Welt gesetzt hast und das auch erziehst tatsächlich, wenn du nur ein Kind in die Welt setzt, dann ändert das glaube ich nicht zwingend was. Die, die nur Kinder in die Welt setzen und sonst nichts damit zu tun haben, sind eher andersrum. Ja, aber wenn du dich auch wirklich drum kümmerst und diese Vaterrolle akzeptierst, dann tut das mit sich ja etwas, aber ich liebe das ja bei dem, der ist dann, der so, ah okay, also da leuchten direkt die Augen, dass man eine Challenge machen muss, dann geht's los, er fragt erstmal fünfmal, wie die Regeln sind und dann so, ah okay, verstanden und dann ist er angezündet, dann geht's nur noch darum, zu gewinnen und selbst auch in so einem Quizformat, dann ultra abfeiern, wenn er irgendwas richtig hat und so, und das war null Show, das war 100% real und sowas finde ich immer Hammer, wenn die Leute sich so motivieren können für sowas. Ja, aber es sind halt Wettkämpfer durch und durch, ich meine, das ist doch bei dir auch so, wir haben jede kleine Scheiß-Challenge, die wir haben, jedes kleine Scheiß-Ding ist bei uns sofort, haben wir Bock drauf und wollen nicht verlieren, ist doch halt so. Ja. Ja, ist geil, wobei ich glaube, dass so Patrick Franziska vielleicht sogar noch ein bisschen mehr hat, muss man dazu sagen, weil das sind halt, ja, also in der Sportart, wo du nur mit dir selber, das ist schon krank, also das ist wirklich, wirklich krank. Ja. Darf ich kurz zum Paddel nochmal, nochmal was sagen? Sehr gerne. Weil ich hab's ja immer, jetzt zwei Jahre, ich hab's ja zwei Jahre propagiert, wenn man so möchte, dass das eine unfassbar geile Sportart ist und ich hab am Sonntag selber eine halbe, Dreiviertelstunde gespielt und zwar in einer Rumpetruppe, erstmal, Rumpetruppe stimmt gar nicht, dein guter Freund Arne, der kann Schläger in der Hand halten, der kann das spielen. Und der hat ja jetzt auch inzwischen, also nachdem er ja Quereinsteiger war, spielt er jetzt ja auch seit ein paar Jahren schon im Verein und trainiert regelmäßig mit Leuten, die wirklich gut Hände spielen können. So, das ist auf jeden Fall ein Vorteil, das merkt man, dann haben wir hier mit Corny gespielt, so Felix, ist der schlecht. Ja, aber der kann auch, dadurch, dass er schon mal Tennis gespielt hat, aber er behauptet immer, er ist Tennisspieler und dann nimmt er da den Paddelspiel und hat das so schlecht. Versteht den Sport halt nicht, nein, kann er nicht, so egal. Das hat mich genervt. So, aber trotzdem war das eine Runde, sag ich ja, und, da haben wir Joscha, neuer Mitarbeiter in der MBO, der war auch am Start, ich sag's dir, Top-Transferlein deswegen, weil er sportlich ist. Der hat bis zur Oberliga Hochhandball gespielt, geiler Typ und ist halt instant drin und hat Bock, ne, und auch Wettkämpfer, du merkst sofort, dass er sich konzentriert und da ist und gewinnen möchte, ne, so, und wir haben eine Dreiviertelstunde nach einem langen Tag gespielt und ich sag's dir, wie es ist, es ist die beste Sportart. Einstiegshürde, nahe Null, bist du ein bisschen sportlich, kannst du das sofort und das ist ultra geil. Und nach so einer halben Stunde setzt du dann bei mir ein, ich verstehe das Spiel, ich weiß in welcher Situation du welchen Ball dann spielen müsstest, ob der dann funktioniert, ist was anderes, aber dann merkst du es so, dann merkst du so die, so auch wann du vorgehen kannst und so weiter, alles, ey, die Sportart, es ist unendlich geil und wir müssen das jetzt auch Volley nehmen, zumindest wenn wir es eh produzieren, wir müssen es schaffen in Stream 1 zu bauen, dass wir zu Noten ein Schauspiel machen oder irgendwas oder so oder sogar an den Turnieren teilnehmen, da bei der German Paddeltour, bei den Amateur-Turnieren, weil das macht so Bock, wirklich. Ja, haben wir ja schon drüber gesprochen. Ich war so hyped. Ich glaube, die letzten Male, als wir Paddel produziert haben, das war ja letztes Mal, war genau das gleiche, da haben dann auch ja Arne und ich ein bisschen spielen können, wie gesagt, ich habe ja früher schon mal gespielt in Spanien und so weiter und ich kenne die Sportart schon ein bisschen länger, aber es ist genau das, es ist halt wirklich, für sportliche Leute, die Bock haben auf eine neue Sportart, ist es wirklich die beste Sportart. Das ist so. Ansonsten, jetzt auch rein von der Viewing Experience und man kann das den Leuten natürlich versuchen, wie hier so eine Stopfleber, denen das da wirklich einfach da runter in den Rachen zu ballern, es wird immer Leute geben, die sagen, das ist es einfach nicht für mich. So, das ist von der Viewing Experience, nee, das ist es nicht, ich gucke lieber andere Sportarten. Natürlich ist das so, aber wirklich rein, vom Sport selber machen, würde ich mitgehen, das ist für Quereinstieg in eine neue Sportart und auch gar nicht vom Tennis zu Paddel, das sind auch zwei verschiedene Sportarten, sondern wirklich von komplett anderen Sportarten dahin, ist es der beste Weg. Also würde ich absolut jedem empfehlen und 100% müssen wir machen, hoffentlich werden wir das auch machen, ich bin ja jetzt nicht dieses Wochenende, sondern das nächste, bin ich dann ja auch dabei in Köln, beim zweiten Stopp der Gem-Puddel-Tour und ja, und dann mal irgendwann müssen wir mal selber mal ein Turnier einfach mal streamen. Mal selber ein eigenes Turnier, wo wir dann mal ein paar Teams so hier so, ne, Gesichter, der aus dem Spontane-Kosmos, gepaart mit ein paar Stargästen oder so aus anderen Bereichen und da mal so ein schönes, richtig charmantes Turnierchen da ballern. Das wäre doch nice. Ja, finde ich mir, also ist das, ist wirklich das, was man machen muss. Das ist wirklich top. Aber die Connections kommen ja jetzt und da bin ich, ich bin nach wie vor, ich bin wirklich, um das einmal abzuschließen, das Wochenende auch, ich bin super zufrieden mit dem Wochenende, A, dass ihr bei der TTBL da beziehungsweise beim Final Four einen guten Job gemacht habt, aber auch, dass wir jetzt diese Paddeltour umsetzen für die Ultra geil, macht einfach Bock. Die Sportler sind auch gut oder die Aktiven sind gut so, das ist alles, alles gute Leute, das passt. Ja, und ich würde einfach nur abfordern, weil das sollte das Mindeste sein für Leute, die uns jetzt hier seit, seit zwei, drei Jahren begleiten, einfach mal der Sache eine Chance geben. Ja. Mal reinschauen, mal sich ein bisschen das geben und dann wie gesagt Empfehlungen, sich mal, sich mal drei weitere Menschen dazu holen und dann einfach mal so einen Platz mieten und dann jalla, weil das wird immer mehr. Die sprießen ja wirklich gerade wie so eine Tulpe im Frühling oder je nachdem auch ganz gerne im Winter, wenn es auf einmal wieder warm wird dank den 600 PS Dieselmaschinen, das ist auch ganz gut. Aber es gibt immer mehr Plätze, also das ist jetzt nicht so, ihr könnt ja gerne mal, wird mit Sicherheit so eine Seite geben, wenn man das mal googelt, wo man dann so Paddelplätze in Deutschland oder so. gib Paddel irgendwas in der Nähe ein oder so, da kommen die, also mittlerweile sind doch alle gut bei Google irgendwie so, das findest du alle. Nö, das wird echt immer mehr so, also spätestens in, spätestens in fünf Jahren wird das so rein recreational eine der größten Sportarten zu sein für Leute, die Bock haben. Letztes Jahr wurden mehr Korts eröffnet, das hat mir einer von denen erzählt, letztes Jahr wurden mehr Korts gebaut, also Hallen eröffnet, als es überhaupt in Deutschland gab. Das heißt, die Plätze letztes Jahr haben sich verdoppelt und dieses Jahr wird estimated, dass sich das nochmal verdoppelt. Also das ist halt krass, die Anzahl. Also die bauen halt jetzt gerade überall Hallen und größere Hallen und Plätze und sonstiges und die Tennisvereine, die bauen auch langsam um, weil die Dinger nicht ausgelastet sind, ihre Korts und ihre ganzen Hallen. Also, ey, ich sag so, ihr könnt euch dagegen wehren, wie ihr wollt, wird nicht funktionieren. Da bin ich mir halt sicher. So, lasst euch drauf ein. Ja, alles andere wird nicht funktionieren. Ja, und dann ist das eine schöne Reise. Bin gespannt auch natürlich, wie es in den nächsten Jahren sportlich weitergeht, weil was man natürlich schon fairerweise gesehen hat, die Leistungsdiskrepanz ist natürlich tough, weil ich glaube, so das durchschnittliche Ergebnis, was ihr jetzt auch so an den zwei Tagen habt, war schon eher so ein 6-2, 6-2. Also, die Besten sind halt aktuell die Besten und das dann auch mit Abstand und dann dauert es halt ein bisschen, bis da die anderen ranrücken und so und bis man dann wirklich so ein richtig homogenes Leistungsfeld hat, so auf nationaler Ebene, aber das wird ja alles kommen. Ja, aber wir hatten auch, wir hatten drei von acht Partien in dem Männerteilnehmerfeld, die ultra geil waren. Das ist noch okay. Ja. Also, das ist echt noch in Ordnung. Was halt heftig ist und das ist jetzt auch wieder, da merkst du halt, dass es bei den Frauen dann ein bisschen später passiert, einfach alles diese Entwicklung und so. Es gibt A, gab es überhaupt keine Anmeldung, auch für das Hobby, das Hobby-Turnier Frauen ist einfach ausgefallen. Gab es nicht. so, also hat einfach nicht, ist einfach nicht passiert und dann war es noch heterogener, das Frauenfeld auch. Ich meine, wir haben eine 18 Minuten Naht im Halbfinale gesehen von den Top-Fabriken. 18 Minuten, 6-0, 6-0 vorbei. Ja gut, aber da die Vicky und die Denise, die sind auch einfach viel zu gut. Aber das ja sogar, muss man ja auch mal sagen, also jetzt mal kurz Paddel-Talk, die Vicky Kurz, die ja so, also ich weiß gar nicht, wer jetzt von den beiden, wie man jetzt sagen würde, wer da die bessere ist oder so im Zweifel, ist glaube ich super schwer. Vicky ist wahrscheinlich die bessere Tennisspielerin und so und deswegen hat ein bisschen mehr Power, aber die andere macht nie einen Fehler und so weiter und so ein Ding. Die spielt halt so, die spielt ja noch nicht mal so Paddel, wie man sollte. Die spielt so beilteinige Rückhand, so mit ein bisschen so Topspin-Technik, so nach dem Motto, den Spieler gibt es eigentlich gar nicht. Ja, ja, genau. So und deswegen, also das ist noch nicht mal Paddel in Perfektion, weil sie so wie sie spielt, macht das eigentlich gar nicht so richtig Sinn. Also sie ist da gut genug, weil sie auch inzwischen international da ganz gut mithalten kann und so, aber das zeigt halt, dass da noch eine Entwicklung auf jeden Fall ist. Ja, ja, 100 Prozent. Aber ich finde es super spannend, das zu verfolgen. Da werden super viele Synergien auch mit der German Beach Tour dann kommen oder so, wenn man solche Turniere mal im Sommer in den Städten vielleicht aufbaut, weil das wird ja irgendwann der Entwicklungsschritt sein, das auch einmal in die Innenstädte zu holen und die Leute damit zu konfrontieren. Da muss jeder in dem Sport Interesse dran haben oder auch in den Verbänden, die sich darum kümmern. Das ist auch wieder der Unterschied. Das macht dann auch tatsächlich Sinn, so ein bisschen dieses Introducen, so, weil wir ja immer, ich glaube einigen stößt das jetzt vielleicht mal kurz so unwohl auf, weil wir ja immer gesagt haben, dass das Quatsch ist, so im Beispiel von Beachvolleyball immer in die Städte zu rennen und dann, oh, wir hatten so viel Laufkundschaft, aber es ist halt kein Dauerkonstrukt. Nein, nein, bei Paddel ist das aber sinnvoll, weil du dann in der Breite die Leute erreichst. Das ist ja ein komplett anderer Strang. Das ist wie Beachvolleyball vor 20 Jahren. Das ist genau dasselbe. Da kommt eine große Kernsportart, Tennis, und hat eine neue Trendsportart in ihrem Konstrukt drin, das ist Paddel, weil es ist nun mal so, die ist halt so selbe Sportartengruppe und das gleiche ist da mit Hallenvolleyball und Beachvolleyball auch passiert und so muss man ja eigentlich nur, das ist ja das Geile, deswegen sind wir, glaube ich, die, wir oder vor allem ich, der jetzt irgendwie so 20 Jahre oder 30 Jahre viel zu tief im Volleyball drin ist, ja eigentlich die besten Begleiter für diese Entwicklung der Sportart, weil wir denselben Scheiß mit einer anderen Sportart schon mal durchgemacht haben im Trend und du könntest ja unser ganzes Entertainment-System, beim Paddel kannst du 1 zu 1 übernehmen und beim Beachvolleyball kannst du 1 zu 1 übernehmen und beim Paddel anwenden, überhaupt kein Problem. Sand raus, Käfig rein, kannst du genauso machen. Das ist das Same. Ja, könnte man schon machen. Und deswegen bin ich gespannt, wo das hingeht. Du hast gerade irgendwie sportliche Qualität oder sonstiges gesagt, das war eigentlich die natürlichste Überleitung, die es gibt zu unseren sportlichen Qualitäten, die wir gerade ans Eisen bringen, Dirk. Sorry, die Überleitung habe ich nicht gecheckt, aber ja. Wie geht's dir? War alles gut. Erzähl doch mal, wie viele Umfänge wir gemacht haben. Wir waren nämlich da, Chad. Wir haben nicht rumgelogen, wir haben es das erste Mal umgesetzt. Ihr könnt uns alle, die ganzen Kommentare und diese, ihr macht es nicht oder so, könnt uns am Arsch lecken. Wir haben jetzt, fünfmal waren wir gemeinsam am Eisen. So, fünfmal seit letzter Woche. Ja, fünfmal. Ich glaube, wir haben die ersten zwei Tage in Folge gemacht, die natürlich tough waren. Es war wirklich dieses einfach nur reinkommen und so. Dann nach dem dritten Tag hatte ich vor allen Dingen, das habe ich ja auch vorher erzählt, das passiert bei mir immer, selbst wenn das Volumen ultra niedrig ist, macht bei mir irgendwann, machen halt die Hamstrings dann dicht, weil auch gerade so, wie ich halt meine Kniebeugen mache und dann noch gepaart mit Kreuzheben und so, dann ist das irgendwann so. Da braucht ich dann auf jeden Fall einen Tag Pause. Danach haben wir, glaube ich, wieder zwei Tage in Folge gemacht. Wir haben Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag trainiert. Ja, und jetzt hatten wir das Wochenende, was natürlich ein kleiner Stopper war und haben gestern jetzt halt wieder eine Einheit gemacht und die auch das erste Mal ein bisschen intensiver, immer noch natürlich mit Gewichten, das ist nicht berühmt, das muss man keinem erzählen, aber zumindest jetzt so mal ein bisschen anstrengender und mal so langsam, dass es wirklich auch mal ein bisschen fordert, weil wir jetzt, ja, heute wird auch schwer und so, aber wir sind jetzt drin. Ja, wir sind jetzt so, man heißt heute wird schwer, heute geht die Eintracht wieder in die Halle. Ja, ich wollte gerade sagen. Das ist das Ding. Aber wir haben auch viel, das ist das Geile, ne? Das ist echt ein Thema, das beschäftigt die Leute, ne? Also da kriegst du viel, da kriegst du viel Feedback und sonstiges. An der Stelle vielen Dank an alle Physiotherapeuten da draußen, die mir, die dankend meine Rede zur Beweglichkeit in der Schulter und wie viel Zeit man dann dagegen arbeiten muss und sonstiges, um das Spannungsfeld wieder herzustellen. Ich habe das laut der Physiotherapeuten und Ärzte da draußen wohl sehr gut runtergebrochen und erklärt so, dass es eigentlich jeder hätte verstehen müssen. Trotzdem, und das wissen sie alle, wird es nicht verstehen und ich möchte einen Arzt zitieren, der gesagt hat, ist aber auch gar nicht so schlimm für mich, weil diese Bizeps-Szenen-Behandlung von den ganzen Wurf- und Schlagsportlern, die bei mir reinkommen und die dann sagen, ist gut für den Umsatz. Er sagt selber, ist easy money. So, da möchte ich doch einfach sagen, besseren Beleg für meine These gibt es nämlich nicht, weil die kommen alle rein und trainieren vorne, also trainieren halt im falschen Rhythmus oder beziehungsweise in der falschen Belastung. Wir haben alle so Sportarten auch beim Handball so wirfst, 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 beim Volleyball schlagen und trainieren alle Brust und sind zu unbeweglich in der Schulter und haben dann halt Bizeps-Szenen-Probleme. Ich wollte es noch einmal gesagt haben, also das, was ich gesagt habe, scheint wohl was dran zu sein, Dirk. Trotzdem Update, wir haben Brust geballert. Geballert ist auch relativ, Alter, aber ich habe es zumindest gemacht. Ich habe drei Sätze mit 40 Kilo gemacht, also nicht 40 Kilo Gewicht drauf, sondern mit 40 Kilo Stange 20 und jeweils 10 auf der Seite. Ich hatte drei Tage so Muskelkader, Alter, im Busen, das war heftig. Ja, aber gestern hast du dann zumindest schon mal 60 gemacht. Ja, und heute, glaube ich, kriege ich keinen Muskelkader im Busen. Das ist das Krasse bei mir, dass es dann so, also wenn ich dann einmal den Reiz gesetzt habe, dann ist theoretisch die Kraft da. Ja, wir haben es gemacht. Aber ich kann dir auch sagen, wenn ich merke, dass mich das irgendwie, heute Abend ist Volleyball-Training, wenn ich merke, dass mich das hindert, dann fahre ich das sofort wieder runter. Da habe ich da keinen Bock drauf. Aber schauen wir mal. Wird schon. Ja, und trotzdem ja auch vernünftig. Ich meine, aktuell machen wir, was machen wir? Wir machen fünf Übungen, also jetzt auch so gestern, wo wir dann nochmal quasi so ganz Körper gemacht haben, haben wir Kniebeugen und Kreuzdeben gemacht, haben zweimal was gezogen und haben am Ende dann halt einmal drei Sätze dann noch Bankdrücken gemacht und so. Aber es hat wirklich, es hat gut funktioniert. Es war ein schönes Beispiel für diesen Slow Start und wie man nach einer langen Pause jetzt auch mal wieder, weil ich bin jetzt, also ich bin jetzt over the hump, dass ich jetzt so quasi anfangen kann, mit also das Volumen jetzt auch moderat dann auch hier und da anzupassen. Und nicht wieder diesen Fehler gemacht mit am Anfang ein bisschen zu doll, dann drei Tage Muskelkater und dann geht's eigentlich nicht mehr und so. Das hat gut funktioniert. Das war gut. Und ja, ich meine, was soll man sagen, Zwischenfazit, natürlich ist das Leben viel, viel besser, wenn man Sport macht. So, das ist, glaube ich, vollkommen logisch. Man merkt es ja, wenn man da irgendwie ein Gespür für hat und vor allen Dingen auch, glaube ich, dann so ehemalig viel Sport gemacht hat, merkt man ja direkt den Unterschied. So, ne, es ist, es ist in allen Belangen besser. Es ist für den Schlaf besser, man fühlt sich besser. Ich finde auch immer ein unterschätzter Part so für Essen. Ich finde, es ist so viel angenehmer, ein organisches und sinnvolles Hungergefühl zu haben und das dann entsprechend zu stillen, als diese Tage, wo du weißt, ich mache nichts, ich bewege mich quasi nicht. Also klar, ich bewege mich schon, weil ich auch ein hibbeliger Typ bin und die ganze Zeit auf die Gegend laufe, aber das ist trotzdem was anderes. So, ne, drei Bürotage, wo du dann weißt, okay, du isst jetzt eigentlich nur noch aus Prinzip, weil klar, auch wenn du dich nicht bewegst, hat der Körper einen Grundumsatz, aber das ist so viel besser, jetzt das so zu machen und das ist wirklich angenehm und gut und der Vorteil, den man jetzt natürlich dann auch hat, als jemand, der jetzt nicht von Null startet, weil das ist wirklich tough, die Leute, die dürren 15-Jährigen, die halt zum ersten Mal ins Gym gehen und das sind wirklich sich jede einzelne Muskelfaser, die sich ein bisschen doller ausprägt, so hart arbeiten müssen, ist halt schön, dass es diesen Memory-Effekt halt gibt und Der ist bei dir, das muss ich jetzt auch mal, ich sag's, der ist bei dir so heftig ausgeprägt, du guckst, du hast zweimal diese scheiß kleinen Zahnstochergewichte angeguckt und Donnerstags trainierst du und ich denk so, okay, krass, der ist einfach wieder da, so wo ich denke, wo kommt das denn jetzt her, also das ist bei dir halt heftig, dass du, das ist der wirkliche Nachweis, dass du ernsthaft mal peak muskulös warst, weil du musst ja wirklich nur einmal so machen, das ist krank, wirklich. Ja, also ne, es soll jetzt nicht übertrieben werden, es ist so, es gibt einen sichtbaren Unterschied nach so ein paar Einheiten, und das haben halt Leute, die von Null anfangen halt nicht, so deswegen glaube ich auch, dass wenn wir jetzt da dranbleiben und so bis, bis es da langsam ein bisschen wärmer wird und die German Beach-Tour losgeht, kann man da auch echt halt wirklich ein bisschen was erreichen, dass man da halt, dass man da halt einen sichtbaren Unterschied sieht, ja bitte ja auch, sondern bei dir geht's ja dann nur darum, ob's freigelegt ist oder nicht, oder ob du noch zu fett bist, wenn man's halt nicht sieht. Ja, zu fett werd ich wahrscheinlich noch sein, Alter. Du wirst bist, wenn du jetzt halt weiter, weiter machst und dann auch regelmäßig da zumindest ziehst, selbst wenn du nicht viel drückst, wirst du ja auch sichtbar breiter sein. Ja, das merke ich auch sofort, ich hab mir am Wochenende ein T-Shirt angezogen, was sonst, da merke ich, also ich merke's ja nach einer Woche, dass irgendwas am Rücken oder am Latt oder so, weil er ein bisschen anders ist einfach, das ist total krank. Ja, ist auch so, das stimmt. Aber, und ich glaub auch, das ist die einzige Lösung, also so wie wir's machen, ist perfekt. Weil wir gehen immer so, für euch zur Info, wir gehen immer so, Nachmittags sagen wir, ey, was machen wir? 18 Uhr, passt dir? Und sagst du, yo. Und dann machen wir so ab 10 vor 6, der andere macht sich ab 6 so kurz warm und dann fangen wir halt an und effektiv trainieren, tun wir dann halt 40 Minuten. Ja, muss man auch nicht und auch ganz, ganz viele von euch müssen nicht mehr machen. Wie gesagt, das ist der größte Tugschluss, Heat Sleep, Gym Repeat und so und zwei Stunden knallen, ist so dumm. Also, das soll mir mal wirklich jemand vorzeigen, der sinnvoll da 8 Übungen macht und so weiter. Also, es gibt ein paar Unterschiede, das ist ja auch nachgewiesen, dass es bei Frauen zum Beispiel, dass die viel mehr Volumen abkönnen. Wollte gerade sagen, anders. Und dass die halt wirklich für die Beine auch, also nur für die Beine, locker 3, 4, 5 Übungen machen können, dass das sogar nicht super unsinnvoll ist. Aber jetzt so für den Average Joe da draußen, also Literally Joe, ja, kann man sich da glaube ich ganz gut anpassen an dem, was wir da gerade machen. Ja, und dann ist halt der Luxus, dass wir, also ich meine, ich laufe jetzt 10 Meter durch den Gang, dann bin ich quasi im Gym und auf dem Rückweg ins Büro biege ich nach 4 Metern links ab, gehe kurz duschen und ich sitze halt 70 Minuten, also ich sitze frisch geduscht, 70 Minuten, nachdem ich meinen PC kurz Ruhezustand gemacht habe, sitze ich wieder im Büro. Ich werde nicht gestört, ich muss nicht einmal auf eine Übung warten oder sonstiges, weil aktuell... Außer wenn der Stier natürlich dran ist und Ballern. Klar, wenn Jürgen da wieder irgendein Zeug macht, dann ist es das andere. Jürgen ist 55 Kilo schwer, hat einen Buckel des Grauens und macht Bizepsübungen. Alter, da denke ich, das gibt's doch. Drei Übungen. Wirklich, also Jürgens aktuelles Trainingsprogramm ist, kann ich einmal kurz sagen, das habe ich letztens gesehen, zumindest, also das, was ich gesehen habe, war, also erstmal relativ, obwohl doch, er hat sich relativ gewissenhaft aufgewärmt, weil du ihm glaube ich mal ein paar Mal ein paar Sachen gezeigt hast. Er kopiert so das, wie du dich immer aufwärmst. Dann geht's erstmal an die Klimmzugstange, dann ein paar Klimmzüge ballern, weil natürlich so, Jürgen hat so für seinen Frame ganz gute Armkraft und ist halt super leicht und kann deswegen natürlich sehr gut Klimmzüge machen. Würde dir wahrscheinlich ein Muscle abballern, wenn er könnte, wenn die Decke nicht so flach wäre, macht er erstmal ein paar Klimmzüge. Das ist ja Klimmzüge, je nachdem, welche Technik du machst, geht ja schon mal auch, also geht ja eh auch auf den Bizeps auf jeden Fall. Also Bizeps schon mal vorbelastet. Dann geht's weiter. Drei verschiedene Bizepsübungen, A drei bis vier Sätze und dann hinten raus macht er, glaube ich, für das gute Gewissen hat er noch ein bisschen Kreuzheben gemacht oder so. Vor allem völlig falsch rein, Volga, Kreuzheben, Kreuzheben, Ganzkörperübungen, Ganzkörperübungen, auch total anspruchsvoll und sonstiges und dann die nach hinten zu packen, obwohl da alle großen Muskelgruppen mitarbeiten müssen. Ey, das ist auf einem Niveau schlimm, da müssen wir echt, da müssen wir mal ran. Aber das ist halt, ja, da müssen wir auf jeden Fall ran, aber trotzdem ist ja erstmal, das finde ich auch immer okay, deswegen, ich habe ja auch meine Gym Experience damals ging auch los und das hat auch funktioniert, weil am Anfang funktioniert alles. Ja klar. Solange du erstmal machst und Bock hast und fleißig bist und dann auch hart trainierst, funktioniert alles ein bisschen. Wie effektiv ist die nächste Sache, aber ich bin ja auch hingegangen und habe erstmal ein Fünfer-Split gemacht. Die ersten Monate, die ich trainiert habe, die ersten drei bis vier, ich habe damit auch sogar also solide Gains gemacht, würde ich mal sagen, aber auch ein Fünfer-Split. Und man muss ja auch mal dazu sagen, wenn der Fünfer-Split ist, du machst Brust, Rücken und der dritte Tag ist dann irgendwie arme Trizeps und am dritten Tag mache ich dann irgendwie enges Bankdrücken, weil mir keine andere Übung einfällt mehr für jetzt noch, ich brauche eine dritte Trizeps-Übung, ist das ja quasi auch schon wieder ein bisschen Brust, auch wieder ein bisschen Schulter und so. Und so ist es quasi auch nicht super isoliert aufgesplittet. Deswegen hat es wahrscheinlich auch ein bisschen funktioniert. Aber Jürgen müsste langsam jetzt mal auch mal halbwegs was Sinnvolles machen. Ja. Also ein bisschen ins Gewissen müssten wir ihm reden. Diese EMTL-Phase, diese einfach mal, es gibt es wirklich im Sport, diese einfach mal trainieren lassen Phase, die ist durch, weil er hat zumindest mal alle Muskeln einmal angesteuert, jetzt müsste der mal langsam ran. Und es gilt, also Achtung, ich habe Jürgen jetzt zum Beispiel noch nicht Kreuzheben sehen, weil es gibt natürlich ein paar Übungen, wo diese Regel nicht gilt. So, ne, solange es nur ist, er geht an die Maschinen, im Gym, Ja, ich habe ihn auch noch nicht Kreuzheben sehen, aber das werde ich ihm wahrscheinlich mal beobachten und ihm dann erstmal verbieten oder er muss mal mitmachen bei uns. Es gibt halt Übungen, die sind dann fahrlässig, weil da kannst du dich halt verletzen, solange es nur darum geht, ein bisschen die Gewichte hin und her zu schmeißen. Ja, vor allem so ein Rundrücken-Indianer da, Alter, das funktioniert halt nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen, deren vernünftigen Kreuzheben geht gar nicht. Geht doch gar nicht, Mann. Schultern sind so feuer, auf gar keinen Fall. Der müsste ja quasi übertrieben ins Hohlkreuz gehen, damit er erstmal gerade ist. Ja, ja. Also keine Chance, kann er nicht. Fakt ist, dass wir uns hier in den Gym reingebaut haben und das war ja estimated so, es war die einzige Chance, dass wir es irgendwie schaffen und ich habe ein gutes Gefühl, wenn das Jet Set Live nicht so sehr reinschallert, Dirk. Das ist das Problem, was wir jetzt haben. Wir haben jetzt, wir sind jetzt, also es ist jetzt, heute ist Dienstag so klar, wir sind morgen und übermorgen, wir haben morgen, wir müssen morgen früh für Geschäftstermin nach Wien fliegen, so, fliegen dann abends zurück nach Hamburg, weil wir dort einen wichtigen Geschäftstermin am Donnerstag haben mit einer Ortsbegehung für eine potenzielle Produktion und dann ist, also ich kenne das ja ein bisschen, aber für dich muss sich das ja entweder cool oder richtig nervig anfühlen, als von beiden so. Boah, also weder noch, also cool, nö, jetzt nicht, dass ich das super cool finde. Aber es ist spannend, sorry, spannend. Es ist aufregend, sagen wir mal so und es ist, das Einzige, was immer nervig ist daran, ist halt, dass es, ich weiß halt, also dieses, wenn ich jetzt morgen höre, wenn ich jetzt mal, mich später damit beschäftige, wann ich, wann ich wie zum Flughafen komme, weil wir relativ früh dann da fliegen und es geht leider auch nicht anders, an alle hier, ihr weiß, ich bin ja auch ein Klimafreund, aber es ist leider wirklich nicht zu vermeiden. Nach Wien ist mit dem Zug zehn Stunden. Ja, das geht nicht. Das ist halt so, können wir uns auch nicht erlauben. Wir können aber diskutieren, ob wir nach Wien müssen, um die Leute persönlich kennenzulernen und mit denen wir dann in Zukunft zusammenarbeiten. Das ist ja auch nicht unsere Entscheidung. Wenn du den Deal halt nur closen kannst, weil die sagen, wir müssen da vorständig werden, dann ist es halt so. Vorständig werden, das ist übrigens schon immer der Freundchen, der ist so geil bei dir, vorständig werden. Ja, keine Ahnung, ich weiß doch überhaupt nicht, was ich erzähle. Ich will Vorstand werden, sagst du kurz. Ja, ich will Vorstand werden. Vorstand, von was? Naja, also ich kann einfach immer nicht schlafen, wenn ich weiß, ich kann, mein Wecker klingelt dann morgen um fünf und mein Rhythmus ist ja eh so, dass ich halt relativ spät schlafen gehe, dann ist halt, die Nacht ist für den Arsch. Vor allem, weil wir heute noch Eintrachttraining haben. Ja, ich gehe halt auf jeden Fall gerädert da in das Training rein, also in die Nacht rein, in den Trip rein und die zweite Nacht wird wahrscheinlich auch nicht besser und deswegen wird das auf jeden Fall, werden das anstrengende 48 Stunden so safe. Ist auch so. Naja, aber da können wir, wir dürfen, das ist die Scheiße, ich würde es ja gerne erzählen, aber wir dürfen, beides nicht, wir dürfen und können beides nicht, beides nicht erzählen so wirklich, das ist das Problem. Wir können überlegen, ob wir eine Kamera mitnehmen, da so eine Art Vlog draus machen und das dann veröffentlichen, wenn die Deals geclosed sind. Das könnte man noch machen, weil ich glaube, es schon irgendwie auch, könnte spannend sein. Aber wissen wir nicht, keine Ahnung, ist halt so ein Ding, auf jeden Fall sind Dirk und ich, das bringt unsere Trainingsroutine ein bisschen durcheinander. Das ist ein großes Problem. Ja, das ist schwer. Da müssen wir uns am Wochenende wieder vereinen, dann anders geht es nicht. Naja, so viel dazu. Wir haben noch, wir haben noch eine Information, die möchte ich gerne einstreuen zum DVV-Pokalfinale, bevor wir dann gleich zu unserer Week kommen, die wir ja letzte Woche schon angeteasert haben. DVV-Pokalfinale in Mannheim, ihr wisst es, Ende Februar, SAP Arena, gute Frage. Wie viele Zuschauer kommen da hin, kommen dieses Jahr? Stuttgart spielt halt nicht, Friedrichshafen hat sich nicht qualifiziert, da sind meistens diese Südteams, die noch Zuschauer mitbringen. Schaffen wir 10.000 oder so, die da, also 10.000 muss ja das Ziel sein, Zuschauer. Ja, keine Ahnung. War halt mal der Standard, ich weiß nicht, ob wir jetzt da post-Corona da wieder hinkommen. Weiß ich auch nicht. Inzwischen ist ja so, da sind wir auch selber dran schuld, gibt genug Leute, ah gut, wir produzieren nicht, wir werden es ja nur anreichern mit unserem Kommentar und mit einer Studiosendung dann davor und danach, also für die Männer, für die Frauen natürlich nicht, da haben wir ja keine Rechte, aber das wird ja passieren. Aber ja, es gibt einfach inzwischen einige Leute, die einfach, die einfach sagen, ja, ist doch geil, ich freue mich mega auf den Stream, das wird cool, aber ich bleibe zu Hause so. Könnte passieren, ja. Aber trotzdem will ich ja den Leuten sagen, dass es eine Möglichkeit gibt, auch in der Halle das zu gucken. Jetzt mache ich eine dumme Sache, jetzt muss ich einmal mal kurz das Licht ausmachen, weil das habe ich nämlich vergessen und jetzt werde ich sehen, dass das viel besser ist mit dem Drecks-Halogen-Scheiß-Licht und das wird mich jetzt, warte, ja, Abfuck, naja, perfekt, erzähl. Es gibt auf jeden Fall einen Blog und Dirk verspricht euch hiermit, dass er diesen Link auch noch in die Episodenbeschreibung packt. Es gibt einen Blog, wo quasi die Spontane-Community sich so trifft und sonstiges und da ist jetzt die Info einmal wichtig, weil wir hatten es schon mal während des Pokal-Halbfinals einmal kurz, 24 Stunden, aber da war es super kurzfristig, am 18. Januar, nächste Woche, ja, gibt es wieder ab 15 Uhr, wir sind auch abends on air, deswegen passt das ganz gut, gibt es wieder Rabattcode, da spart ihr dann ein paar Prozent auf die Plätze, so, könnte aber auch sein, dass jetzt alle darauf geiern und dann die Plätze schon weg sind, deswegen, wenn ihr sagt, nee, ich will lieber nicht sparen, aber ich will im Spontane-Blog ganz gute Plätze haben, dann könnt ihr jetzt schon zuschlagen, also der Code ist durchgehend aktiv, beziehungsweise der Link ist durchgehend aktiv und nur über diesen Link kriegt ihr auch dann diese Blöcke in Zugriff. Da sind die Blöcke direkt neben dem BR-Wolleys-Fan-Blog oder ihr wollt sparen, dann habt ihr jetzt eine Woche Zeit, euch mit eurer Mannschaft darauf vorzubereiten, ey, lass uns Mannheim machen, lass uns angucken, hier über den Link kriegen wir sogar nächste Woche Rabatt und dann müsst ihr aber am 18., da würde ich euch empfehlen, um 15.01 Uhr da drauf zu gehen, weil dann ist der Rabatt scharf geschaltet und dann könnt ihr da, könnt ihr da halt noch die besten Tickets abgreifen, weil die ersten Reihen, die potenziell besten sind gerade schon aus dem Block zumindest weg, so. Ja, da kann man auch sogar streiten, der erste Block ist auf jeden Fall, also der untere Block ist auch nicht ohne Grund ein bisschen höherpreisiger, also ist teurer, wenn man da näher dran sitzt. So schön hinterm Feld, also das ist sehr nice, auf jeden Fall. So, das wollte ich einmal sagen, da sehr gerne zugreifen, haben wir auch Freude. Ja, einfach mal machen, vor allen Dingen alle, die noch nicht da waren, ich glaube, den Rest müssen wir es ja nicht schmackhaft machen, die wissen, dass Mannheim geil ist, ich war jetzt ja auch schon ein paar Mal auch privat einfach mal beim Pokalfinale und das war immer mega nice, also es ist einfach ein saugeiler Trip und gerade wenn man das dann plant, sei es mit der Volleyballmannschaft, das wäre natürlich eh die Empfehlung, dass ihr da in der Volleyballmannschaft da ein bisschen rumfragt und dann da mit 6, 7, 8 Mann oder Frau dann einfach hinfahrt oder im Freundeskreis und das ist ja auch das Schöne, selbst wenn ihr wirklich alleine seid und ihr habt niemanden in eurem Kosmos, der Volleyball mag, könnt ihr halt in den Spontanblock gehen und da kann man sich ja mal wirklich mit gutem Gewissen ein Einzelticket machen, weil im Zweifel machst du dir auf dein T-Shirt ein Schild und schreibst da deinen Chatnamen hin und dann erkennen dich ein paar Leute oder so. Also das ist wirklich cool und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn das ganze Prinzip einfach funktioniert. Auf jeden Fall ist auch für uns ein Proof of Concept. Also das deswegen. Und das Geile ist, Männerfinale ist vorher, das heißt während des Frauenfinals haben wir nichts zu tun, können wir ein paar Bier mit euch trinken, weil nichts anderes wird passieren. So sieht's aus. Wir planen auf jeden Fall Jet Set Live und so wir planen auf jeden Fall bis Montag zu bleiben. Das ist so wichtig. Das wird das beste Wochenende. Endlich so wie es sein muss, das schön konsumentenmäßig einfach nur ein bisschen kommentieren, vorher so Star-mäßig so einmal von Martin reingerufen, zu werden, ein, zwei Takes und Predictions abgeben, dann sich wieder verpissen, dann kurz kommentieren, vier knackige Sätze predikte ich jetzt schon mal und dann ist das Ding durch und danach einfach Bierchen trinken und sich feiern lassen. Ja, du hast halt gut zusammengefasst. So wird's passieren, Alter. Geil. Ja, genau. Ist so. Sehr gut. Hakenrad, ey. Okay, heftig. So, das war's. Wir kommen zu der, das musst du an, das musst du an teasern. Endlich haben wir wieder. Hast du dir die ausgedrückt? Ja, nach einer wochenlangen Pause, ich weiß nicht nachhaltig, dafür musst du schon wieder, ein 16. Baum musste schon wieder sterben, weil ich mir handschriftlich nicht meine Liste machen konnte. Es tut mir leid. Naja, wir haben endlich wieder ein Draft und wir haben uns was Neues ausgesucht, weil ihr natürlich auch zu schlecht wart, in der letzten Zeit gute Vorschläge zu geben, weil dann immer nur kommt, macht mal eure Lieblingsvolleyballspiele, draftet die mal, könnt ihr mal eure Lieblingssportarten machen. Und Essen ist auch hervorragend bei uns, weil ob wir Veganer nicht... Ja, Essen gehen halt dann wirklich nur Sachen, wo dann trotzdem ich Input habe und wo dann nicht dieses Fleisch vs. Vegan da so doll reinkickt. Ja. Deswegen haben wir einfach mal was Random-mäßiges gemacht. Ich hab dir vorher gesagt, ich halte es für eine gute Idee, wir lassen quasi so einen Random-Buchstaben-Letter-Generator, lassen wir laufen, der spuckt einen Buchstaben raus und dann draften wir Dinge, die mit diesem Buchstaben anfangen. Und ich kann dir jetzt offiziell sagen, der Buchstabe, wir haben uns ja beide darauf vorbereitet, für letzte Woche eigentlich schon, deswegen, ich hab auch, hast du dich nochmal neu vorbereitet? Nein. Ich hab meine Liste so gelassen. Ich hab sie auch so gelassen. Also ich hab original 5 Minuten reingesteckt in die Vorbereitung. Ja, das ist vielschichtig, worüber man da nachdenken kann bei diesem Draft. So versteht fest. Ja. Okay. Also, es geht um den Buchstaben H. Dinge, die mit H anfangen und die werden jetzt von uns gedraftet und ich weiß ehrlich gesagt, wie ist denn die Reihenfolge? Bist du wieder dran? Wir haben erst zwei Drafts gemacht, ne? All time. Ich hab, ich hab, ich hab glaube ich angefangen beim letzten Mal, oder? Wie viele Drafts haben wir denn schon gemacht? Du hast beim allerersten angefangen, da hattest du Homecourt. Du hast bei Getränken. Dann hab ich bei Getränken angefangen. Dann müsste ich jetzt wieder dran sein, theoretisch. Dann bist du dran. Wir können es so machen. Sonst müssen wir ja auslosen. Ne, aber dann mach es uns so. Also ich hatte bei Sportland angefangen, ich glaube du hast bei Getränken angefangen. Dann hat Olaf jetzt den First Pick, Dinge, die mit H anfangen und ich bin wirklich gespannt, was für einen Ansatz du fährst. Das sag ich ja, das ist so vielschichtig. Ich habe keine Ahnung, wie ich mir das, wie ich mir das zusammenbauen muss, möchte, würde. Weil am Ende geht es ja darum, die Community entscheidet, wer das bessere Fünferkonstrukt hat. Und das hat ja jetzt gerade so viel... Jetzt fängst du wieder mit deinem Konstrukt an. Es geht darum, diese besten Sachen zu draften. Ob die Sachen jetzt dann wieder wahnsinnig gut zusammenpassen. Ja, aber im Durchschnitt... Ich lege das nicht so aus. Ist mir doch egal, wie du es aussiehst. Ich sage nur, die Community entscheidet am Ende, die guckt auf fünf Wörter drauf und fünf Wörter stehen bei dir und fünf bei mir und dann sagen sie, ich finde die fünf Wörter cooler. So ist es besser formuliert. Wir müssen übrigens mal, wir müssen endlich mal relevanter werden und dann so Spotify-Partner werden. Mich kotzt das immer mega an hier. Wir haben ja im Hintergrund gerade Trimac eingeblendet, dass die mit ihrem Podcast so offline und ehrlich als Spotify Original haben diese Umfragefunktion und so. Wie geil ist das denn? So, du guckst bei Spotify oder dann hast du sogar noch Video und du hast dann, während das dann gerade läuft, plopst bei Spotify eine Umfrage auf und dann könnten wir jetzt da quasi sagen, ey, haut mal rein, wer hat den Draft gewonnen. Das fuckt ja ultra ab. Also wirklich. Also wir müssen uns raffen und dann muss Spotify mal reagieren. Ja, okay. Können wir euch mal mitnehmen. Ich glaube aber, dass wir nicht groß genug sind, um an Spotify zu kommen. Werden wir auch nie werden, leider. Nee, das ist das große Problem. Und ich, eine Frage noch zu der Regelauslegung. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine, also was ist eine, ein helles Bier oder ein helles, ein helles ist ja ein Begriff zum Beispiel, nehmen würde. Ich werfe jetzt, sorry, das ist ja eine Regelfrage, die wichtig ist, gerade beim Buchstaben H. Wäre ein helles gut oder wäre, also würde, wäre das okay? Weil es ist ja eigentlich die Beschreibung einer Biersorte. Und wir hatten ja verschiedene Biersorten zum Beispiel bei den Getränken auch drin. Bei P würdest du Pilz nehmen. Bei B würdest du aber, würdest du dann bei B Bier nehmen? Oh, ich finde. Weil du wisst, das Bierthema müssen wir vorher besprechen. Das ist wichtig. Ich würde eigentlich fast sagen, dass jetzt bei so einem übergeordneten Ding das dann nicht zählen sollte, oder? Dann zählt das nur unter Bier. Ja. Also bei B dürfte man Bier und Newsflash, das wird bei einem von uns beiden der First of Worldpicks sein bei B. Das ist klar. Weil ich nicht daran glaube, dass du das Boot nimmst als erstes. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber ich nehme bei H das Haus. Oh, wow. Da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ich gucke jetzt hier drauf und Haus ist nicht auf meiner Liste. Du hast Haus nicht drauf? Ich habe Haus nicht auf deiner Liste. Ich habe nicht auf meiner Liste. Nein, ich habe mich nicht darauf vorbereitet. Das Haus ist bei mir nicht drauf. Aber es ist, muss ich natürlich neidlos anerkennen, ein guter Pick. Das habe ich ganz oben stehen. Das ist das erste Wort, was mir eingefallen ist. Also gut, man kann jetzt drüber diskutieren. Auch natürlich je nach finanziellen Möglichkeiten. Ob das jetzt immer die beste Idee ist, direkt mal Häusle bauen, Häusle finanzieren. Und es gibt auch schöne Wohnungen da draußen. Aber am Ende des Tages nur vermietest du das Haus, Alter. Mit einem eigenen Grundstück, Alter. Mit einem Garten. Weißt du eigentlich, wie geil so ein Garten ist? Bin ich glücklicherweise in einem sehr großen Garten groß geworden. Das ist schon, ist ein guter Pick, muss ich sagen. Aber ich habe auch einen sehr guten Pick an eins. Jetzt bin ich gespannt. Und ich war mir sicher, du hättest einen richtigen Hurensohn-Move machen können. Weil ich war mir sicher, bei dir ist es wahrscheinlich noch nicht mal auf der Liste. Bei vielen wird es auf der Liste sein. Und du hättest mir den halt so klauen können. Dann wäre ich halt, du hättest den Draft und auf jeden Fall gewonnen, weil ich wäre danach gebrochen gewesen. Ich habe mir, bei allen meinen Begriffen, habe ich dahinter so eine Range geschrieben. So, wann ich sie draften will. So wie das so NBA-Scouts machen. Ich habe mir was hingeschrieben und da steht dann so drei bis fünf zum Beispiel. Das ist die Range, wo ich es draften will und vorher nicht. Ich habe eine einzige Sache, da steht eine Eins und für mich war es klar, da muss ich das draften. Dieses Ding mit H. Und natürlich ist es der Begleiter des Menschen, ist der Hund. Es ist der Hund, das beste Tier, ein unfassbares Upgrade fürs Leben, ein Feini an der Seite zu haben. Der Hund ist bei mir auf Eins. Okay, ja gut. Kein mit Leben. Also steht hier nicht drauf, weil ich es nicht... Ja, bei dir ist klar. Wobei, früher hattest du doch auch einen Hund, oder nicht? Ja, ich finde auch Hunde cool. Hunde sind cool, überhaupt keine Frage. Du wirst irgendwann auch mal einen Hund haben, oder nicht? Irgendwann? Ja, und dann? Ja, wie? Und dann hast du einen Hund? Bist du doof, dann wenn ich in Urlaub fahren will, muss ich dich kümmern, dass da jemand drum kümmern? Dann eine von deinen Ollen macht das dann oder so. Was für eine für? Was sind das für Sachen? Und du hast dann nur die Benefits vom Hund. Alter, vielleicht will ich dann mit meiner Freundin oder Frau einfach in Urlaub fahren, so zu irgendeiner Zeit. Ja, dann leistest du dir so einen Hundedaycare für zwei Wochen. Nee, das ist es nicht, wirklich nicht. Auf gar keinen Fall. Also ich bin mir sehr sicher, dass ich mir keinen Hund mehr... Das ist krass. Was ich heftig fand, ist aber, dass Kinder mit einem Hund aufwachsen. Das fand ich, ist ein unterschätztes... Ja, ist gut. Das ist wirklich gut. Und dein Leben, um mal das einmal zu sagen, das Leben ist eh im Arsch, wenn du Kinder hast, da kannst du auch noch einen Hund anschaffen. So, das ist mein Take dazu. Based. Based Take. So viel möchte ich zu deinem Hundedtake. Den hättest du auch an fünf draften können, weil den hätt ich dir eh nicht weggenommen. Ja. Ja, aber das ist wieder... Da bin ich halt Ehrenmann. Da bin ich wirklich true to the game. Ich weiß, dass ich Hund an fünf gedraftet bekommen hätte, aber das mach ich nicht, weil ich dem Hund auch einfach das Gefühl geben will, dass ich ihn an eins genommen habe, dass ich ihn wertschätze als Spieler quasi. Ich möchte ihm das Gefühl geben, dass es mein Top Pick ist. Okay. So, was ist das für ein Signal, was ich an den Hund aussende, wenn ich ihn an fünf nehme? Nur weil ich weiß, dass du den nicht auf der Liste hast. Na gut, okay. Das ist scheiße. Ja. Dann nehme ich... Ich werde noch nehmen... Ich bin natürlich der Materialistische. Ich nehme natürlich einen Helikopter. Was? Den fühle ich ja überhaupt nicht. Also erst mal, sorry, seitdem Kobe gestorben ist, ist für mich Helikopter eh durch. Nee, seitdem ist das Thema für mich durch. Ich möchte das nicht. Und ich finde Helikopter ist wirklich... Also klar, an sich ist es erst mal schon eine gute Sache, aber an zwei ist jetzt Helikopter für dich dann wirklich so... Also stellst du dir ein Leben vor, in dem du nur noch mit einem Helikopter durch die Gegend dich befördern willst? Würde mir helfen. Also okay, weiß ich nicht. Lass mich doch mal machen. Okay. Ja, Haus und Helikopter. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr reich und sehr materialistisch. Materialistisch, weiter geht's. Also wir wissen jetzt schon, selbst wenn ich den rein rassigsten Fein in der Welt will und ich finde Mischlinger eh besser. Also meine Liste wird günstiger sein als deine. Das steht schon mal fest. Auf der Zwei. Ich habe hier mehrere Sachen, die ich theoretisch an Zwei hätte draften können oder wollen. Aber ich glaube, am Ende gehe ich dann doch auf eine Sache, die uns natürlich im Alltag begleitet, die auch wirklich ein unfassbarer Mehrwert sein kann. Hundewelpe? Das würde auch nicht zählen. Hilft einem, lenkt einem manchmal ein bisschen ab, aber wird auch nicht weniger wichtig in der modernen Gesellschaft. Ich nehme natürlich das Handy. Das Handy an Zwei. Ja. Hätte ich auch machen ein bisschen jetzt. Ja. Hättest du auch genommen an Drei jetzt wahrscheinlich. Ja, ja, hätte ich genommen. Hätte ich machen ein bisschen, aber ich fand es geil, diesen materialistischen Scheiß zu machen. Einfach ein Helikopter, Alter. Jeff Bezos hier an meiner Seite, der sich seine Liste zusammengreift hat. Also ich ärgere mich da null drüber, aber ich fand den Move mit dem Helikopter und deinen Gesichtsausdruck fand ich so viel wert. Ich muss natürlich das Handy nehmen, ist doch klar. Aber es geht nicht anders. Weiter geht's. Pick Nummer drei, Krola. Okay. Haus und Helikopter haben wir bisher auf deiner Seite. Haus ist schon ein guter Pick, muss man dir lassen. Haus ist ein sehr guter Pick. Ja. Davon kriege ich auf jeden Fall einen. Ich muss am Ende auf jeden Fall noch eine... Jetzt wird es langsam tough bei mir. Ich bin auch echt gespannt, was du nimmst und was dann mein Pick wird. Mhm. Ich glaube, ich baue mir einfach ein gutes Leben zusammen. Ich glaube, ich nehme einfach noch eine Haushaltshilfe. Das ist nicht dein Ernst, Alter. Doch, das ist gut. Das gefällt mir sehr gut. Ja, also... Könntest du auch gebrauchen, mein Freund. Ja, absolut. Stell dir mal vor, du hast jemanden, der beruflich dafür zuständig ist, dass bei dir immer alles sauber ist. Ja. Ordentlich, aufgeräumt, gekocht, weil eine Haushaltshilfe kocht auch. Ich bräuchte ein Hybrid aus einer Assistentin, die aber auch gleichzeitig meine Haushaltshilfe ist. So was, ja. Weil ich brauche keinen Live- oder Job-Assistent. Das ist kein Job. Nein. Nee. Ich bin, glaube ich, langsam wieder in so ein Alter, wo es dann, wenn es bald legal ist, wo ich dann einfach wieder regelmäßig Hanf konsumieren werde. Hanf ist dazu natürlich erstmal, es geht jetzt nicht nur um Grasrauchen. Ist ein tolles Material. Man kann Kleidung draus machen. Die Hanffaser ist super. Also wirklich ein richtig schönes, eine richtig schöne, multifunktional Versatil. Das ist jetzt wirklich auch etwas, was ich hier genommen habe. Super Versatil, aber rein schon für den Bubats-Konsum konnte ich es nicht aus meinem Team lassen. Hanf war drei. Geil. Hanf hatte ich hier nicht draufstehen, muss ich zugeben. Ja gut. Hanf hatte ich hier nicht draufstehen. Habe ich mir gedacht. Und, und Hanf konnte es zu haben, schenke ich dir. Ja, also ich werde jetzt nicht anfangen, Hanffaser-T-Shirts zu tragen, weil da wird es mir dann langsam ein bisschen zu alternativ, aber gut. Okay. Dann brauche ich noch irgendwas, was man monetarisieren kann. Jetzt bist du gefangen, ne? In deinem Gating. Naja klar, ich brauche ja jemanden, ich muss ja jemanden, der für mich, also ich brauche ja auch, um das alles zu unterhalten zu können, brauche ich natürlich auch, brauche ich Umsatz ein bisschen, ne? Und Umsatz bringt, bringt eine Dame, die auf dem alten Gewerbe unterwegs ist. Ich nehme eine Hure. Oh mein Gott. Also du bist jetzt, warte, warte kurz. Also du bist jetzt von 0 auf 100, du bist jetzt quasi Zuhälter geworden. Also du bist wirklich, du bist original. Zuhälter ohne Handy. Olaf hat gerade Andrew Tates Leben gedraftet. Du hast ein Haus, du hast einen Helikopter, du kannst ihn, Bugatti Veyron kannst du leider nicht nehmen, weil es nicht mit Haar anfängt. Ist egal. Und jetzt hast du dir noch eine Hure dazu geholt, die dir das Geld reinholt, oder was? Das ist nicht, das ist wirklich unglaublich. Okay, Hura 4. Vergiss nicht, dass ich noch eine Haushaltshilfe habe, die sich darum kümmert, dass ich nichts machen muss. Die aber zum Glück nicht anschaffen muss. Das ist schon mal gut vor Hör, muss man an der Stelle sagen. Wahnsinn, Alter, wirklich. Was ist Wahnsinn? Was ist denn jetzt daran dein Problem? Ist gut. Ist gut. Oh, jetzt wird es schwer an 4. Ich habe hier noch viele gute Sachen stehen. Ich bin mir nicht sicher, in welche Richtung ich gehen soll, tatsächlich. Gehe ich in die kulinarische Welt? Du hast noch zwei Picks, ne? Ich habe noch zwei Picks. Komm, ich mache jetzt mal so, das ist organisch zu dem Pass, worüber wir auch heute geredet haben. Ich nehme ebenfalls wieder etwas, was einfach das Leben bereichert, was gut ist, was gesund ist. Ich habe eben darüber gesprochen, wie viel es einem besser gehen kann dadurch. Ich werde an 4 eine Hantel draften. Eine Hantel. Ich dachte, du gehst aufs kulinarische. Hantel ist stabil. Ja, Hantel an 4. Hatte ich hier nicht draufstehen, ist aber ein sehr guter, muss ich dir sagen. Also in Klammern, ein Hantel-Set. Also ich habe jetzt nicht nur eine Hantel. Nein, nein, nein. Wir wissen etwas, womit man trainieren kann. Das ist ein sehr, sehr, sehr guter Pick und ist auch so freigegeben. Also es ist ein Set, klar, aber jeder weiß, dass man damit was macht. Damit kann ich Sport machen, ja. Oh Gott, das ist ein guter Pick. Der tut mir weh, auch wenn ich ihn nicht drauf hatte. Demnach wurde er mir nicht weggenommen, sondern ich habe einfach nicht drüber nachgedacht. Es ist mein letzter, ne? Ich lebe in einem riesigen Haus. Ich kann überall mit einem Helikopter hinfliegen. Hast du einen Landeplatz auch? Ja, ne? Also dein Haus hat einen Landeplatz. Mein Haus hat natürlich einen Landeplatz, weil ich einen Helikopter habe, an zwei. Ich habe an zwei. Hätte dir sein können, dass der irgendwo steht. Ich habe an zwei einen Helikopter. Nein. So. Eine Haushaltshilfe und eine Hure. Ich habe eine Haushaltshilfe, dass ich nichts machen muss. Ich kriege gekocht, ich kriege bababatralala. Ich habe eine Hure, die mir meine Späßchen dann auch alle finanziert, weil die muss natürlich alles abdrücken, die kriegt nicht mal Mindestlohn, so ist auch klar. Übrigens auch ein Grenzfall, ne? Das ist jetzt so, Hure ist schon wieder so minimal, minimal politisch unkorrekt und Prostituierte wäre halt an P gewesen. Aber es ist in Ordnung, lasse ich dir durchgehen. Oh ja, stimmt. Ja. Ich lasse ihn dir durchgehen. Am Ende sind es unsere Regeln, die wir uns hier selber machen. Ich lasse dir Hure durchgehen. Ne, aber das ist ja genau das Beispiel mit Bier. Aber jetzt ist es zu spät. Ich glaube, es ist zu spät. Mir ist es ja auch nicht aufgefallen. Ich hätte es flaggen müssen, habe ich jetzt nicht gemacht. Okay. Aber du hast völlig recht. Das ist, äh... Ich habe an Hure gedacht, weil es so ein bisschen... Ich wollte die Reaktion halt sehen von dir. Du wolltest es vulgärer machen. Ja, genau. Ich wollte es einfach... Falls dir nicht auffällig... Ja, ich habe hier eine Idee. Aber ich brauche noch irgendwas. Dieses Kulinarische, das nimmt mich mit. Ja. Ich habe hier auch noch. Also ich werde, glaube ich, auch mit meinem letzten Pick kulinarisch gehen. Das kann ich dir jetzt schon mal sagen. Um auch ein bisschen Druck aufzubauen, dass du das Richtige nimmst. Ich würde unspaß. Ähm, hast du, glaube ich, auch letzte Woche drüber gesprochen. Ich gehe wirklich auf Haferflocken. Du bist ein Pisser. Ich habe hier Haferflocken 2 bis 4 stehen. Das heißt, ich wäre schon an 5 in der Range gewesen. Da wäre es für mich ein Steal geworden. Ja, jetzt ist es vorher nicht. Ich wäre bereit gewesen, Haferflocken an 2 zu draften. Tja. Wenn es nicht anders gelaufen wäre. Jetzt habe ich sie. An 5 bekommen. Danke, Dirk. Das ist gut. Das ist wirklich ein verdammt guter Pick. Ist auch besser als... Also da muss ich dir sagen, also... An 5 habe ich einen besseren Pick. Kulinarisch hast du einen besseren Pick. Ja. Ich gehe jetzt auch kulinarisch. Ich habe überlegt, ob ich so als Allzweckwaffe so Hummus reinwerfe. Habe ich hier auch stehen. Finde ich auch unterschätzt. Ist auch mega gut, weil einfach auch versatil. Ich habe tatsächlich auch die Himbeere hier stehen. Habe ich auch hier stehen. Ich habe kulinarisch Himbeere, Hummus und Haferflocken. Aber ich entscheide mich, weil ich also... So viel Sport, wie ich gerade mache, umso regelmäßiger gehe ich gerade auch zu McDonalds, muss man mal dazu sagen. Ich war gestern einfach schon wieder. Ich nehme den Burger, ich nehme den Hamburger. Ich nehme den Hamburger an 5. Den Hamburger. Ist ein gutes Produkt. Ist ein sehr gutes Produkt. Ist wirklich ein gutes Produkt. Wobei ich am Ende... Oh. Was ist... Hamburg... Also ist das Hamburger in allem? Oder ist es dann... Also gibt es einen Cheeseburger bei C? Weil es ist... Jetzt machst du jetzt auch... Jetzt sind wir wieder bei dem Bier-Ding, ne? Nein, nein. Das ist dann eigentlich Burger, ist B? Ja, das ist ja das Ding. Ja. Ich glaube, wir sollten es offen lassen, merken wir gerade. Also Hamburger, es gibt dann aber auch den Cheeseburger, finde ich auch noch okay. Ja. Jetzt ist halt eine Sache, beim Buchstabendraft, da musst du dich ja bewusst dafür entscheiden, wie spezifik du werden willst. Ja. So. Ich musste... Helles musst du jetzt flaggen, weil du hättest einfach wieder... Wir wissen ja auch, dass man gerade, wenn es so ein bisschen eine Competition ist, du triggerst die Leute mit Bier. Ja. Du machst... Dann eins und auf einmal steht die Menge auf und klatscht und johlt und der Sieger steht schon fest. Deswegen musst du hier in dem Fall, wenn du bei C bereit bist zu sagen, ey, draft den Cheeseburger, wenn du so spezifik gehen willst, dann finde ich es erlaubt. Ja. Dann ist es ja eher ein Risiko und Helles wäre einfach, das wäre gecheatet gewesen so. Ja. Aber du kannst ja auch... Aber bei Helles, aber jetzt mal ehrlich, es gibt ja im Endeffekt nur drei... Es gibt Bier, es gibt Pilz und es gibt Helles, womit du Meta machst und es gibt Weizen, wobei du da auch schon Hefeweizen draus machen könntest. So, und jetzt hängst du da. Also es gibt drei, vier Buchstaben, wo es trifft. Lass uns das offen lassen. Das Format wird sich entwickeln. Ja, okay. Ihr könnt gerne Feedback geben. Wir wollen natürlich auch eure Liste haben auf YouTube, aber damit ist die Liste durch. Du kannst deine nochmal offiziell vorstellen. Ich habe ein Haus, ich habe einen Helikopter, ich habe eine Haushaltshilfe, ich habe eine Hure und ich habe Haferflocken. Ich kann mich ernähren in einem sehr, sehr guten Leben. Ja. Ja, das ist gut. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Take. Ich bin auch sehr zufrieden. Also nochmal, wie gesagt, ich habe den Begleiter des Menschen, ich habe den Hund, ich habe das Handy, ich habe Bubarts, ich habe Hanf, ich habe Hanteln, ich kann ein bisschen Sport machen und am Ende habe ich mir noch eine McDonalds-Flatrate gegönnt und habe mir den Hamburger dann nochmal gedraftet. Das ist gut. Geil, Alter. Ich hätte auch den Big Vegan einfach nehmen können. Ach nee, wir sind ja bei H. Das funktioniert nicht. Ich war eben bei B nochmal für Burger. Ja, ist gut. Oh Gott, ey, das hat viel Potenzial, die Buchstabenthematik. Das hat wirklich viel Potenzial. Ja, finde ich gut. Das können wir immer mal wieder einbauen. Das ist herausragend. Ich bin ultra gespannt, was die Leute, du hast natürlich wieder so ein paar emotionale Dinger dabei. Da bin ich gespannt, was die... Ja, Hund ist ja nicht nur ein... Also klar, damit alle Hundehalter und Hundeliebhaber werde ich natürlich da emotional mit triggern, aber Hund ist ja auch mal objektiv, universell gesehen einfach ein guter Pick. Gar keine Frage, aber jetzt wenn wir unsere Eins vergleichen, ein Haus auch. Habe ich doch gesagt, das Haus ein guter Pick ist. Und ich habe ja auch mit Handy überlegt, aber ich... Aufs Handy... Du musstest den Helikopter nehmen und du hättest auch die Hure wahrscheinlich noch vom Handy genommen. Ja, auf jeden Fall, weil in dem Leben, als ich mir da zusammengebaut habe, brauche ich kein Handy mehr, Alter. Ich will doch nicht gestört werden. Okay, perfekt. Mit meiner Haushaltshilfe und meiner Hure. Ja, aber die Hure arbeitet doch nur für dich. Die frequentierst du ja nicht selbst, glaube ich, in deinem Plan. Naja, warum nicht? Ein, zwei Leute haben wir jetzt auch getriggert wieder mit dieser Liste. Das hast du sehr erfolgreich gemacht. Das finde ich schön. Soll es gewesen sein. Also ihr könnt, wie gesagt, gerne bei YouTube euch auch mal eure Haarliste da mal zusammen draften. Ja, aber dann müsst ihr mit dem Buddy machen. Ihr müsst euch bien suchen, eine andere Person und da mal vorstellen, was ihr jeweils so gedraftet habt. Weil ansonsten, wenn ihr einfach aus dem Vollen Liste machen, so. Ja, aber wenn ich irgendjemanden sehe, der einfach nur seine fünf reinschreibt, dann wirklich, dann gibt's Lockieren auf YouTube oder was? Ja, es geht nicht. Okay. Weil das war letztes Mal schon wieder so, dass sie nicht checken, dass dir im Draft was weggenommen wird. Ja. Das checken sie nicht. Also deswegen, nehmt euch jemanden und baut das auf. Macht es doch, in den YouTube-Kommentaren geht es doch auch wirklich so, dass ihr einen Draft in den Kommentarspalten machen könnt. Einer fängt an und schreibt, mein first pick isch. Und der Erste, der darauf antwortet, schreibt seinen ersten rein. Ja, aber dann darf aber kein anderer mehr dazwischengrätschen. Nein, dazwischengrätschen dann lassen die zwei Leute dann in Ruhe. Ja, dann müssen die in Ruhe. Sobald da zwei sind, ist quasi, da wird dann nicht mehr reingelönt. Funktioniert. Das heißt, wenn ihr keine Freunde habt oder nicht mal irgendwie eine Haushaltshilfe zu Hause, mit der ihr das spielen könnt oder sowas alles. Oder alternativ, wenn ihr in Niedersachsen unterwegs seid, es gibt so Straßen, da sind dann immer so Campingplätze an der Seite. So, da könnt ihr halt auch hinfahren und euch mal so entspannte halbe Stunde gönnen, kostet ein bisschen was, aber dann habt ihr halt auch wen, der mit euch dann einmal den Draft machen kann. Ja. Vielleicht trefft ihr dort auch meine Hure. Sehr schön. Möchtest du noch was plaggen? Ansonsten war das ein schönes Wort zum Sonntag. Das war ein schöner, schöner Abschluss. Vor allem, ich möchte nichts plaggen. Ich möchte auf das TTBL-Magazin können wir nicht hinweisen, weil das durch ist, das Erste. Vielleicht ins Wort gucken. Ja, Timo Boll war zu Gast. Also mindestens mal den Part kann man sich, glaube ich, sehr gut im Real-Life gönnen. Safe, Weltstar, Mann. Ja, absolut. Zehnte langer Weltstar. Mit dem haben wir ja auch schon auch was abgedreht, also ein Format mit Timo Boll wird auch noch kommen auf YouTube. So ist wirklich, ja, unfassbar, wie artig und auf dem Boden geblieben der Mann ist. Ja. Wobei ja auch, also Thema, ein Thema nochmal, Thema Hure. Thema Hure, wie kommst du von Timo Boll auf Hure jetzt? Ich glaube, mein Originalzitat, was ich Ritchie gesagt habe, auch danach, weil Ritchie hatte auch eine Frage, Spoiler, da meinte er so, da ging es so drum, schlechtestes Interview und so weiter und Timo hat so ein bisschen so gespiegelt, ist ihm inzwischen, macht er sich gar nicht mehr so viel draus, weißt du? Und da meinte ich so, ey Ritchie, das musst du verstehen, also Timo Boll ist quasi, was Interviews angeht, der ist eine, eine hochfrequentierte, etwas in die, in die alte, ins Alter gekommene Nutte, wirklich. Der hat schon so oft den Lümmel drin gehabt, quasi, was Interviews angeht, dem ist das egal, der spürt dann nichts mehr. Ja. So, der nimmt weder ein wahnsinnig cooles Interview noch so wahr, für den ist das einfach nur noch ein Job, der muss sich da hinsetzen, die Fragen beantworten und wenn das Interview scheiße war, dann macht er auch seinen Job und dann ist ihm das egal. Also so, das ist dann halt das Ding. Das stimmt, bei ihm ist die Frequenz so hoch gewesen. Der hat alles schon gehört, alles schon, Mann, der hat doch schon über tausend Interviews gemacht. Ja, viel mehr. Also irgendwann ist es halt abgenudelt. Ja, ist halt so. Das stimmt, da hat er keinerlei Emotionen mehr, ist ihm völlig egal. Das hast du recht. Guter, gute Werbung. Am Ende nochmal Timo Boll mit der hochfrequentierten Hure verglichen. Und richtig Werbung gemacht für so ein Interview, wo Timo, es ihm völlig egal ist, dass ihr euch das auf jeden Fall reinziehen seid. Guckt euch das an hier, in der zweiten Phase, so heißt das Magazin, zweite Phase, guckt euch das im Wot an, wie Timo Boll ein Interview gibt, was ihm scheißegal ist. Nervt mich übrigens auch, dass hier die Tischtennis-Fatzken da so organisch einen richtig guten Namen haben da für ihr Format. Weil das wirklich cool ist. Es passt zum Tischtennis, ist ein guter Name. Ja. Es nervt ein bisschen. Dafür sind wir mit Bounce House. Umberto gibt sich dann auf einmal Mühe mit dem Logo. Dafür sind wir mit Bounce House schon ganz gut. Dass das Magazin dann nicht so einen coolen, wo der Kausbesichtung finde ich nach wie vor noch cool. Nur das Logo ist scheiße, Umberto. Ja gut, das hat halt wirklich in zwei Minuten liegen drauf. Hat der Schriftart einfach Vaso und dann zwei Augen drauf gemacht. Ja, Katastrophe. Wirklich Katastrophe. Naja. Ja, vielen Dank an die Allianz, die uns heute wieder unterstützt hat. Und dann bin ich echt gespannt auf die Kommentarspalten bei dieser Episode. Das könnte äußerst interessant werden. Von daher, bis nächste Woche. Schaltet ein am Wochenende beim Bounce House, Samstag und so weiter. Sonntag Eintracht, 19 Uhr Pflichttermin. Da gibt es dann quasi Re-Life, Michel schneidet live die Kameras. Wir sitzen und vertonen das Ganze nochmal nach. Haben vielleicht selber gespielt, vielleicht nicht. Donnerstag gibt es dazu vielleicht schon Infos in der Pressekonferenz abends. Wissen wir nicht. Werden wir sehen. Also Stand jetzt sind wir noch gesperrt für alle, die es interessieren. Ja. Aber wir sind da was am Bauen dran. So viel steht fest. Tschüss. Nächste Woche mit einer neuen Episode. Scam. Werden wir noch mit einer neuen